Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 389. Mein Name ist René, außer dein Mitarbeiter, Herr Marvin. Gude, hallo. Und der Dennis. Ja, servus, hallo. Wir sind heute in kleiner, entspannter Runde und wollen mal so ein bisschen über das reden, was die DFL heute so an Informationen rausgehauen hat. Es gibt ein paar News zur Eintracht und wir wollen natürlich auch nochmal einen großen Blick in die Vergangenheit werfen und nicht nur gucken, was vor 20 Jahren passiert ist, sondern auch welche ehemaligen oder welche Titel aus der Vergangenheit uns denn wie beeinflusst haben. Da haben wir auch heute wieder ganz was Spannendes. Aber erstmal so die Frage, die ja gerade so ein bisschen sehr vorherrschend ist, wie geht's euch denn aktuell? Gute Frage, tatsächlich war, geh ich ja sonst noch regelmäßig auch mal raus und ein bisschen arbeiten, also ich mag ja relativ selten Homeoffice. mir ist aber jetzt aufgefallen, dass ich jetzt wirklich seit Sonntag und das ist jetzt gar keine so lange Zeit, heute war der erste Tag, wo ich mal wieder raus bin. Ich glaube, Samstag und Nachmittag habe ich nicht heimgekommen und bin dann nicht mehr raus. Und selbst diese kurze Zeit ist mir dann schon aufgefallen, das habe ich dann schon gemerkt. Das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Und was mir halt jetzt aktuell einfach fehlt ist, ich meine, natürlich ist es cool, wenn ich dann rauskomme und auf der Arbeit auch wahrscheinlich eine deutlich reduzierte Personenanzahl sehe. Ich sehe, wenn ich in die Redaktion komme, momentan so drei, vier Leute. Also das ist wirklich wesentlich weniger bei Arbeit im Großraumbüro, aber es ist trotzdem schön, Leute zu sehen. Aber du merkst natürlich schon, dass es eine andere Stimmung ist und was mich halt irgendwie halt auch nervt, ist die Tatsache, dass du halt abends halt auch nichts machen kannst. Also ich meine, Skype ist der einzige Freund aktuell. Ja. Ja, ist schon schwierig irgendwie. Also ich merke, ich nutze viel mehr die Gelegenheit, irgendwie tatsächlich rauszugehen. Also ich mache jetzt momentan wirklich so eine gute Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Mittagspause und klinge mich einfach mal von der Arbeit aus und schnappe mir den Hund und gehe einfach mal hier eine halbe Stunde durchs Feld, weil ich halt einfach, ich meine, ich bin es ja gewohnt von zu Hause zu arbeiten, aber ich merke einfach, dass diese Gesamtsituation mich gerade so dermaßen anstrengt. Also das, was Basti letzte Woche gesagt hat, so nach dem Motto, lasst mich zurück, ich komme irgendwann nach. Das ist so die Stimmung, die ich diese Woche tatsächlich habe. Ich merke einfach, dass ich an vielen Stellen, wo ich mich irgendwie aufregen müsste oder ärgern oder irgendwas, mir einfach komplett die Energie fehlt, mich gerade noch über irgendwas aufzuregen oder zu ärgern. Das ist ganz fürchterlich. Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich muss sagen, René, du kannst es auf jeden Fall nachvollziehen. Kinder zu Hause in der aktuellen Zeit ist natürlich auch jetzt kein Spaß immer, wollen wir es mal so nennen. Nein, es ist einfach schwierig, weil du einfach nicht auf Spielplätze kannst. Du musst irgendwie Beschäftigung finden. Ich bin ja froh, dass hier die Frau da auch gut die Sachen einigermaßen übernehmen kann, weil sie ja auch noch in Elternzeit ist und generell dann aus Homeoffice irgendwie funktioniert. Aber das ist natürlich, es ist wenig Platz. Man kann sich wenig aus dem Weg gehen, in Anführungszeichen. Und dadurch ist einfach die Situation, glaube ich, so eher ein bisschen, auch bei mir zumindest, ich merke das einfach, dass diese, die Möglichkeiten einfach so krass beschränkt sind und man dadurch auch alle Ansprüche so ein bisschen runterfährt. Also ich bin schon froh und da finde ich, bin ich genauso bei dir, René, wenn ich mal eine Stunde rausgehen kann, wenn ich mal eine Runde laufen gehen kann. Das ist für mich schon der Höhepunkt des Tages und das ist schon schade. Was natürlich komplett wegfällt, sind alle Auswärtstermine. Das ist auch hier alles eigentlich gekappt. Das ist alles Homeoffice geworden. Und dadurch, also Marvin, deshalb, da kann ich auch dich wiederum verstehen. Es ist so, man sitzt halt immer in der gleichen Bude sozusagen. Man sieht das Gleiche, man hat im Endeffekt jeden Tag denselben Rhythmus und das kenne ich so gar nicht. Normalerweise ist immer was anderes, immer ein bisschen abwechseln, damit es einfach auch nicht langweilig wird. Dementsprechend auch hier, der Lagerkoller ist zwar noch nicht da, aber wenn ich so mir das angucke, was ja noch wahrscheinlich bevorsteht, wird natürlich jetzt die Zeit schon krass. Denn wir haben ja, und da habt ihr es richtig angefangen, eigentlich den Satz, das ist jetzt gerade mal eine kurze Zeit her, seitdem wir überhaupt die Einschränkung haben. Deshalb will ich gar nicht dran denken. Aber als Überleitung, wir sehen ja, dass auch unser Lieblingshobby noch einige Zeit pausieren wird. Ja, bevor wir dazu kommen, was ich gerade noch so auch feststelle oder was ich am Wochenende festgestellt habe, ist, dass so alltägliche Dinge werden gerade eben zu so einer ganz großen Herausforderung. Ich war am Samstag den Wocheneinkauf machen und ich war eine Stunde in dem Laden und ich war danach pitschnass geschwitzt. Das ist einfach diese körperliche und geistige Anstrengung nach dem Motto, da darf ich nicht zu nah ran, wie hältst du da jetzt irgendwie Abstand und irgendwie hier das noch holen und da noch das. Und dann hast du ja Menschen, die stehen dann nach einer Viertelstunde vor dem Gemüseregal und fuchteln jeden Salat irgendwie einzeln an und denkst du, ich will doch nur dann die scheiß Kartoffeln neben dir, geh weg. Also das ist einfach große Anstrengung in so alltäglichen Dingen und das ist auch irgendwie und dann siehst du an der anderen Seite, ich fahre dann vom Einkaufen zurück und sehe dann die ganzen Bonner und so weiter mit ihren AMG SUVs hier in die Eifel rausfahren zum Spazierengehen in Tonnen, wo ich mir auch denke, bleib doch einfach mit dem Arsch daheim. Also das mit dem Einkaufen ist ganz spannend tatsächlich, denn bei mir ist es so, ich gehe meistens zu den Off-Peak-Zeiten einkaufen, also da, wenn nicht ganz so viel los ist, weil so zwischen Tür und Angel funktioniert, das Wochenende gehe ich dann, versuche ich gar nicht einkaufen zu gehen, war jetzt heute mal kurz draußen und da muss ich sagen, dann ist das für mich tatsächlich was sehr Befreiendes. Das ist genau der Gegensatz, weil ich gehe, da ist wenig los in der Tat, zum Glück geht's, also wenn ich morgens Klopapier kaufen müsste, dann wäre die Sache wahrscheinlich ganz anders, da ich das aber nicht tue, sondern halt mal Lebensmittel kaufe und ich sehr, sehr gerne, ich gehe extrem gerne, auch wenn wir diese Situation nicht haben, gehe ich sehr gerne einkaufen, ich mag das, ich gehe ganz gern Lebensmittel kaufen. Ein bisschen rumschlendern, rumflanieren, neue Produkte gucken und so weiter und so fort und das ist gerade so ein bisschen einer meiner Highlights, dass ich mal gucke und was haben wir denn und was könnte man denn mal mitnehmen und so, also ich kaufe nicht nur so, sag ich mal, in großen Mengen, also wie es ja empfohlen wurde, so nach dem Motto, geht ruhig selten einkaufen und so weiter und so fort. Ich muss sagen, daran halte ich mich nicht ganz, ja, sondern ich gehe eher bedarfsgerecht einkaufen, bedarfsgerecht für das, was ich für die nächsten zwei Tage oder so jetzt brauche. Aber das ist für mich wirklich ein bisschen Freizeit. Ich habe vor zwei Wochen angefangen, so einen Essensplan zu machen und treibe damit mittlerweile meine Familie in die Weißglut dann immer so Freitagabend so, okay, jetzt mal hier planen, was essen wir denn in der nächsten Woche, ich muss morgen einkaufen gehen, jetzt sag mal, was wollt ihr denn am Dienstag essen? Wo sie mich angucken und sagen, woher soll ich das heute wissen, wer am Dienstag essen will, bist du bescheuert? Soll ich, nee, Essensplan, ihr Einkaufsliste machen. Ja. Also, aber es funktioniert irgendwie. Aber Jungs, ganz kurz, ich kann euch super verstehen und zwar beide Meinungen, einmal gerne einzukaufen und andererseits gerne im Endeffekt die Leute zu meiden. Heute riesen Fauxpas, mir passiert natürlich, ich wusste, also zumindest ist es in einigen Supermärkten jetzt so, dass du nur noch alleine mit Einkaufswagen hast. Und zwar war mir so, habe ich gar nicht richtig vorne gelesen gehabt, reingestolpert, natürlich wollte tatsächlich nur ein Produkt kaufen und zwar einen Gratin-Käse, damit ich im Endeffekt was überbacken kann. Reingesprungen hin, auf einmal spricht mich der Marktleiter, beziehungsweise einer von denen etwas, ja, ich sage mal, jemand, der was zu sagen hat in dem Laden und sagt, Entschuldigung, ich muss Sie bitten zu gehen. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Was habe ich denn jetzt gemacht? Und mir war das gar nicht bewusst. Und dann hat er mir aber ganz nett erklärt, es geht darum, die Leute zu zählen. Es dürfen nur, in dem Laden war es jetzt zum Beispiel nur 50 Leute gleichzeitig den Laden überhaupt betreten und das ist eben nur mit wenig Aufwand möglich, indem du sagst, ich habe nur 50 Einkaufswagen draußen und die, wenn die im Betrieb sind, dann ist gut und ansonsten habt ihr ein Problem, könnt nicht mehr rein. War mir so Dings, dann habe ich gesagt, ist doch kein Problem, wollte den Käse dann schon wieder weglegen und wollte einmal durch die Kasse wieder einmal rein und wieder Dings. Und dann sagt der, nein, nein, jetzt nehmen Sie den Käse, bezahlen Sie, denken Sie aber beim nächsten Mal drin. Also auch an alle, die das hier hören, ich weiß nicht, inwieweit das in eurem Supermarkt auch so ist, war heute mir natürlich dann extrem unangenehm, weil man will sich ja im Endeffekt da auch an die Regeln halten, ist aber tatsächlich was, was mir so nicht bewusst war. Aber ich schlendere nämlich auch gerne rum, Marvin, und gucke mir so an, was ist so Dings und Dings. Und das ist ja momentan total, ja, unbeliebt oder genau, es geht einfach nicht. Wie du sagst, die dir behandeln, das ist gerade auch in Frankfurt unterschiedlich, ne? Es gibt ein paar Läden, die haben das nicht, beispielsweise für die all diejenigen, die aus Frankfurt dir jetzt zuhören, du kommst noch ohne rein, wenn du in der Innenstadt bist, im Tegut, an der Eschenheimer Anlage, beziehungsweise am Eschenheimer Tor, da kommst du noch ohne rein, aber bei den Reves, die jetzt in meinem Umfeld sind, oder ich glaube auch selbst beim Aldi, musst du immer einen Wagen mitnehmen, halt natürlich, und das ist ja auch durchaus verständlich, als Sicherheit 1,50 Meter. Und gleichzeitig, ich habe auch gehört, es gibt auch auf der anderen Seite, ist es auch so, dass die dann kontrollieren können, wie viele Leute drin sind. Genau. Es ist halt einfacher, als die Leute zu zählen, du stellst halt einfach eine gewisse Anzahl von Leuten vom Wagen da draußen hin und wenn die halt weg sind, dann weißt du halt, okay, sehr wahrscheinlich ist der Laden jetzt einfach voll, jetzt blocken wir mal irgendwie ab, ja, also ist für die halt auch einfacher irgendwie zu handhaben, weil die müssen ja auch irgendwie jetzt Wege finden, wo sie dann den ganzen Rums dann neben dem normalen Betrieb da auch noch hinkriegen und man muss natürlich auch einfach sagen, die Leute schuften da und setzen sich da halt auch einer gewissen Gefahr aus für ein sehr geringes Gehalt, würde ich jetzt mal sagen, von daher sollte man dann da auch so ein bisschen Respekt und Vorsicht irgendwie haben. Ich sehe halt auch so den einen oder anderen, der dann da irgendwie nicht so verständnisvoll ist und sich irgendwie beschwert. Ich war hier am Wochenende bei uns im Dorf beim Bäcker Kuchen holen, das ist dann so das Highlight am Wochenende, dass man sich dann hier noch so ein Stück Kuchen holt, wo dann der eine auch irgendwie meinte von wegen, ja, ob wir nicht ein bisschen aufrücken könnten, sonst müsste er auf der Straße im Regen stehen, wo ich ihn auch noch entgeistert angekommen habe und gesagt habe, du hast es nicht verstanden, mein Lieber. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, ja, tatsächlich. Also da sind viele, die dieses, ich will es mal positiv formulieren, erst noch lernen müssen. Sie haben ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Sie haben vermutlich noch ein bisschen Zeit, ja. Aber Dennis hat es ja schon so ein bisschen übergeleitet. Unsere liebste Freizeitablenkung, der Fußball, wird noch ein bisschen länger pausieren dürfen. Es gab ja auch heute die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL, die ganz Homeoffice-like auch irgendwie per Videotelefonkonferenz abgehalten wurde, wo man ja anscheinend auch erstmal die Statuten ändern musste, um eine solche Mitgliederversammlung auf diese Art und Weise abhandeln zu dürfen, was ich auch irgendwie schon ganz lustig fand. Und es kam so ein bisschen, wie erwartet wurde, es gab ja die Vorgabe oder die Empfehlung des DFB, die Spiele bis zum 30.04. auszusetzen. Wir hatten ja letzte Woche über die dritte Liga gesprochen, die das ja auch schon so handhabt. Und es kommt jetzt auch genauso tatsächlich für die erste und zweite Bundesliga. Also man hat beschlossen, dass die Spiele bis zum 30.04. ausgesetzt werden. Gleichzeitig dürfen auch bis zum 5.04. keine Mannschaftstrainings abgehalten werden. Was ja dann auch so mit diesen Kontaktverbot, sondern mit diesen Kontakteinschränkungen, doch Kontaktverbot ist richtig, in den unterschiedlichen Bundesländern halt eben dann auch korreliert. Man möchte Konzepte entwickeln, wie man Geisterspiele mit möglichst geringem personellen Aufwand durchführen kann. Also das wird jetzt dann eben auch für jede einzelne, so habe ich das zumindest in dieser Pressekonferenz von Seifert verstanden, für jeden Bundesliga-Verein, also 1. und 2. Bundesliga-Verein werden jetzt individuell solche Konzepte aufgestellt, wie man eben mit möglichst geringem personellem Aufwand so ein Geisterspiel irgendwie abhalten kann. Gleichzeitig soll es einen Leitfaden mit medizinischen Maßnahmen geben, um eben auch das Risiko für diesen Notfallbetrieb zu minimieren. Da steht man wohl in engem Kontakt mit dem Arzt der deutschen Nationalmannschaft und entwickelt eben da einen solchen Maßnahmenplan und man hat beschlossen, dass es eine weitere Mitgliederversammlung am 17.04. gibt, wo dann über den Rest entschieden werden soll. Krass. Interessant, ja. Ist echt heftig. Ich habe es kurz... Marvin, sag du erst mal. Sag du erst mal. Nee, nee. Hau an. Das Thema, was mich ja da interessiert, ist ja einmal, was sagt ihr dazu? 25 Tage sozusagen, die du ja theoretisch jetzt hier Trainingszeit hättest, ist ja im Endeffekt schon ein Zeitraum, in dem man sich wieder auf Wettkampfstärke trainieren kann, oder? Wie seht ihr den Zeitraum kritisch? Das ist meine erste Frage an euch. Die Frage ist ja wirklich, ob du dann an dieser Stelle auch wirklich wieder trainieren kannst. Also das ist ja jetzt erstmal der Plan der DFL. Wenn jetzt aber das Bundesland, wie zum Beispiel Hessen, sagt, liebe Leute, bis zum 19.04. bleiben hier sämtliche Sportstätten geschlossen. Guter Punkt. Dann hast du keine 25 Tage, sondern dann hast du, wenn es jetzt der 19. ist, dann halt nur noch deine 11 Tage und dann wird es schon wieder interessant. Oder 21 Tage oder was auch immer, weil selbst wenn die am 30.04., naja gut, die wollen dann am ersten Mai-Wochenende wahrscheinlich wieder anfangen, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist, aber das würde wahrscheinlich so an sich auch erstmal nicht funktionieren. Sehr gut, okay. Und selbst dann, 25 Tage, drei Wochen, die sind halt jetzt echt alle raus. Und du musst ja dann auch erstmal wieder da reinkommen. Also es ist ja, die haben ja das gleiche Problem wie wir auch. Den ist ja, deren kompletter sozialer Kontaktraum ist denen ja genauso genommen worden. Zusätzlich sind viele von den Fußballspielern halt einfach auch noch irgendwie jung, die Familien in anderen Ländern vielleicht irgendwie haben, die keinen Kontakt, außer jetzt mal über Video und Telefon zu denen haben. Also selbst wenn die am 6. wieder anfangen zu trainieren, bis die allein geistig wieder in diesem Rhythmus drin sind nach dem Motto, ich muss jetzt hier irgendwie Trainingsablauf und dies und das, da vergehen mal zwei, drei Tage. Und dann musst du ja dann auch wirklich da einfach wieder in diese Spiegel oder in diese Wettkampffitness reinkommen. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass die die gleiche Wettkampffitness haben wie nach einer normalen Sommerpause oder irgendwas. Obwohl ja zum Glück für alle das gleiche Bedingungen sind. Das wollte ich gerade sagen, aber der Vorteil dabei wäre, dass ja alle das gleiche Problem mehr oder weniger haben. Vorausgesetzt, es fangen alle gleichzeitig mit dem Training wieder an. Und lass uns doch mal erstmal da bleiben, also bevor wir jetzt weiter switchen. Also natürlich ist das jetzt das Erste. Es muss zum einen erstmal gleiche Trainingsbedingungen im Grundsätzlichen geben. Das heißt, theoretisch muss man überlegen, also ich weiß, dass der BVB jetzt glaube ich am Montag wieder ins Training einsteigt, sogar. War glaube ich das, was ich zuletzt gelesen hatte. Und wenn die Eintracht natürlich das jetzt auch will, müssen sie sich halt überlegen, wie das jetzt irgendwie stattfinden kann. Weil du hast ja vollkommen richtig gesagt, ist es denn überhaupt für die Eintracht gerade möglich? Momentan sind alle Plätze zu. Ist die private Regelung irgendwie anders? Kann die Eintracht eine Sondergenehmigung bekommen? Das sind alles Fragen, die sich mir dann aufdrängen, bei denen ich nicht genau weiß, wie das durchzusetzen ist. Ja, also ich würde jetzt mal vermuten, dass das so ein bisschen dann auch von der Definition von irgendwie Sportstätte oder irgendwas ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du machst das irgendwie auf dem Gelände des Riederwalls, der ja dann irgendwie nicht als Sportstätte vielleicht gilt, sondern als Geschäftsstätte, also quasi als geschäftlicher Raum, ähnlich wie bei einer Firma auch. Also Firmen sind ja auch nicht, genau, Betriebsstätte, das war das Wort, wo es mir nicht einfällt. Weil dann kannst du vielleicht sagen, okay, das ist jetzt keine Sportstätte im engeren Sinne, das ist eine Betriebsstätte. Und dann ist es genauso wie in der Fabrik irgendwie auch. Da dürfen natürlich die Leute zur Arbeit kommen und dann da halt auch irgendwie arbeiten. Das ist nämlich der Punkt, dass du im Endeffekt ja geschäftliche, sag ich jetzt mal, Geschäftstätigkeiten sind ja sowieso von den meisten Regelungen hier ausgenommen. Also darfst du ja auch als, wenn du geschäftstätig bist, mit mehreren Personen gleichzeitig immer noch wohin fahren, was ja privat so nicht mehr möglich ist. Dementsprechend, ich denke schon, dass es da Sonderregelungen, gerade wie du sagst, René, dass das eben dann eher auf die, obwohl es schon irgendwie auch einen Geschmack hat, der natürlich auch bei der Bevölkerung bestimmt nicht gut ankommt. In der Hinsicht einfach zu sagen, klar, ein oder andere hat dann wieder Verständnis, gerade wir, die den Fußball lieben, die sagen natürlich, ja, ist geil und ist ja toll, wenn es da wieder ein bisschen losgeht. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt den einen oder anderen, ja, ich sag mal, der gerne Sport machen würde und dem das verwehrt wird, der natürlich dann auch dieses Recht gerne hätte. Und dann muss man wieder aufpassen, willst du dann wirklich dieses Ungleichgewicht wieder reinbringen? Willst du da Unruhe reinbringen? Die Leute, es wollen ja eh alle raus und wollen im Endeffekt gerne sich treffen, wollen gerne Sport machen und auch gemeinschaftlich und Sonstiges. Man kriegt das natürlich gerade im Mannschaftssportwesen ja verwehrt momentan. Ja, wobei man halt schon auch dazu sagen muss, die Leute, der Fußballer an sich, der da zum Training fährt, der geht halt auch einer Erwerbstätigkeit nach. Und das ist den anderen Leuten ja auch nicht untersagt. Die haben halt nur das Glück, dass sie es geschafft haben, Profifußballer zu werden und der andere, der es vielleicht auch immer halt werden wollte, der ist es halt nicht geworden. Das ist halt im Leben. Rational hast du völlig recht. Ja, aber ich verstehe natürlich auch deinen Punkt. Viele Leute werden natürlich in ihrer generellen Möglichkeit eingeschränkt. Das ist ja auch das, was uns auch so ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, einfach im Tagesablauf stört. Und natürlich wirkt das dann erst mal komisch, wenn die Leute das dann halt eben tun können und du dann nicht. Und ich vermute auch in der Tat, dass es dann viele geben wird, die diesen Kontext irgendwie nicht herstellen können. Aber vielleicht kann man denen das ja irgendwie dann doch versuchen, rational zu erklären. Naja, aber die Leute, die sich dafür interessieren, sind im Optimalfall auch genau die Leute, die sich dann freuen, dass es auch irgendwann wieder in der Bundesliga losgeht. Insofern kannst du die dann damit vielleicht abholen, was halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mit dem wir auch noch gleich sprechen. Also das heißt, wenn wir das jetzt erst mal so sehen, dass der Anfang April, dass es jetzt bald weitergeht mit dem Training, was halt ein ganz, ganz wichtiges Datum jetzt erst mal ist. Und darüber würde ich mit euch jetzt auch mal ganz kurz sprechen wollen. Du hast ja eben schon gemeint, René, das ist ein sehr optimistisches Datum. Also das heißt, das erste Mai-Wochenende wird irgendwie vorsichtig angedeutet, dass man da den Spielbetrieb wieder fortsetzen könnte. Also wenn ich die Aussagen von Seifert, die danach noch kamen, deute, dann ist das kein vorsichtiges Herantasten, sondern man hat das schon sehr konkret ins Auge gefasst, weil er eben auch wenig später dann auf eine Frage eines Journalisten gesagt hat, dass nach wie vor noch das Ziel ist, die Saison zum 30.06. zu Ende gespielt zu haben. Also man möchte spielerisch darüber entscheiden, welche Mannschaften auf- und welche absteigen. Und mit Blick auf die kommenden Spielzeiten hält man nach wie vor an dem Plan 30.06. fest. Es könnte eventuell, und da waren viele Weichmacher drin, eine Verlängerung in den Juli hineingeben. Aber so wie es ja auch manch andere, wie zum Beispiel auch Rummenigge und so weiter, ja in irgendwelchen Interviews rausgepoltert haben, so nach dem Motto, naja, die Saison kann auch irgendwie bis Oktober, September oder irgendwas geben. Das hat er heute klar verneint und gesagt, nee, nee, Ziel ist 30.06. Sondern wenn du sagst, du hast noch neun Spieltage, die übrig sind, und du willst das jetzt auch nicht alles irgendwie in zwei Wochen runterreißen, dann musst du wahrscheinlich schon Anfang Mai anfangen, weil ansonsten gehen dir auch so ein bisschen die Wochen aus. Ja, und was ganz klar dann dementsprechend ist, ist die Tatsache, dass das alles erstmal am Anfang denkt, logisch, später kann man bestimmt darüber reden, aber am Anfang alles mit Geisterspielen stattfindet. Das ist natürlich auch erstmal logisch, ist ja klar, aber es ist natürlich eine krasse Kiste tatsächlich, weil du nimmst dem Fußball ein bisschen sehr viel von dem, was ihn wahrscheinlich aus deutscher Sicht oder aus Eintracht- und Fansicht wirklich ausmacht. Also das hat Seifert auch gefragt worden, wie das denn aussehen würde und er hat ganz klar gesagt, er geht davon aus, oder die DFL geht davon aus, dass wir in dieser Spielzeit, also Ende der Saison 19-20, kein Spiel mehr mit Zuschauern erleben werden. Und er hat ein Fragezeichen daran gemacht, ob auch in der neuen Saison gleich zum Beginn Spiele mit Zuschauern wieder möglich sein werden. Wenn ich mir so angucke, was so der manch einer sagt, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass Dinge, die einen Veranstaltungs- oder Eventcharakter im größeren Sinne haben, wahrscheinlich bis Ende August, Anfang September nicht drin sein werden. Ja, und das ist ja jetzt auch insofern, genau, wir sind ja alles keine Virologen, keine Ärzte, wir können das nicht so ganz gut beurteilen, wir glauben aber diesen Leuten, die das halt dementsprechend sagen, insofern muss man da davon ausgehen. Und dann ist das der einzige Weg, diesen Spielbetrieb wieder herzustellen. Ja, und vielleicht ist es trotzdem, natürlich, guck mal, vor ein paar Wochen haben wir gesagt, oh Gott, Geisterspiele niemals und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es, glaube ich, bei vielen angekommen, dass man sagt, okay, meine Güte, also wenn jetzt die Bundesliga einfach so wieder losginge, dann wäre das auch mit Geisterspielen vertreten. Also viele Leute würden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, ob ich, wenn ich jetzt zu Hause sitze und kann mal Fußball gucken, selbst als Geisterspiel, dann ist mir das trotzdem lieber, bevor ich es gar nicht gucken kann. Ja, also es ist ja schon, und das hatte Basti ja letzte Woche auch schon gesagt und wir ja auch, und ich glaube, diese Woche haben sie sich ja bei 93 auch nochmal besprochen, das ist halt einfach so ein Fixpunkt am Wochenende. Also jeder von uns, der sich halt sehr intensiv mit diesem Sport auseinandersetzt, hat so seinen kompletten Ablauf an so einem Wochenende danach ausgerichtet, um 15.30 Uhr entweder im Stadion zu stehen oder vor dem Fernseher zu sitzen, je nach Gegebenheit. Und ich stelle auch bei mir einfach fest, dass so, ich habe an Samstagen und Sonntagen momentan überhaupt kein Zeitgefühl, weil mir einfach so dieses von wegen, ich arbeite auf irgendeinen Zeitpunkt hin, ist mir vollkommen abhanden gekommen. Dich würde es tatsächlich aber auch freuen, oder? Ja, also dass Spiele wieder durchgeführt werden, auf jeden Fall. Also ein guter Punkt, den ihr hier gesagt habt, ist, es geht ja eigentlich so diese Ungewissheit macht mich hier kaputt, auch in der ganzen Misere, aber in dem gesamten Verlauf, ob das irgendwo ist, auch geschäftlich, dass du einfach siehst, du weißt überhaupt nicht, wann geht es wieder los, wann sind Lieferketten wieder machbar etc. Und das zieht sich hier auch völlig in den Hobbybereich mit rein. Sachen, wann kann man denn endlich wieder Fußball gucken oder wann geht es denn endlich wieder los. Das sind zwar untergeordnete Bedürfnisse momentan, muss man ja wirklich so sagen. Es gibt viel Wichtigeres. Das müssen wir immer wieder betonen. Aber nur dieses ganz Ungewiss. Jetzt haben sie ein Fix, da tue ich mir aber auch noch ein bisschen schwer damit. Denn eigentlich, René, auch so wie du es sagst, eigentlich hast du jetzt ein fixes Thema oder einen fixen Termin hier reingeballert mit 30.04. beziehungsweise dann im Endeffekt erste Maiwoche soll es wieder losgehen. Das ist natürlich was, wo jeder von uns sagen würde, geil, jawohl, unterschreibe ich. Ich will sofort wieder Fußball sehen. Und zwar genial. Ich finde es nur jetzt problematisch, wenn du diese Linie wieder verschiebst dann. Dann hätte ich an der Stelle überhaupt keinen, sondern hätte gesagt, wir setzen es aus und gucken dann. Und nicht so diese Formulierung, ja, und wir wollen Dreiste, Sechster fertig sein und so weiter. Das würde ich mir dann sparen, wenn im Endeffekt der Termin nicht wirklich komme, was wolle. Wir knallen hier rein. Und wir haben schon mit allen Verantwortlichen gesprochen. Jetzt müsste die Welt untergehen, wenn das nicht der Dreiste, Vierte ist. Ich glaube aber, und wenn ich mir das so angucke, und wenn du, Marvin, du hast es vorhin richtig gesagt, wir sind alle keine Virologen, wir haben alle nicht wirklich Ahnung. Aber wenn du die Medien sonst so verfolgst, die sich gerade mit dem Thema sehr beschäftigen, dann siehst du schon, dass da eine gewisse Skepsis ist, dass wir hier, wir sind noch ganz am Anfang, da kann noch richtig krass was kommen. Und dann denke ich, dass ein 30.04. hier so als, das ist hier das Maß aller Dinge und so wird es jetzt gemacht, momentan total Glaskugelleserei ist. Und das finde ich dann wieder unsouverän. Ja, das verstehe ich, das ist interessant. Denn es ist auf der anderen Seite hier auch so, es gibt mittlerweile, wir klammern uns alle an solche Daten. Es ist in der gesellschaftlichen Art und Weise so, dass wir mittlerweile so den 20.04. gehört haben, als mögliches Datum, wo es gewisse Lockerungen geben könnte, wenn die Kurve weiter so verläuft, wie das aktuell sich langsam aber sicher andeutet. Also wenn wir jetzt die letzten Tage angucken, da gab es einen vergleichsweise geringeren Wachstum. Die Kurve flattet sich ein wenig. Aber und wenn das halt so weiter ginge und die Zahl der Verdoppelungen beziehungsweise die Zahl der Vervielfältigung der Neuinfektionen weiter absinkt, beziehungsweise sich nur ganz leicht weitergeht, dann wäre es eine Möglichkeit, am 20.04. über Neuerungen nachzudenken. Und dieses kleine Häppchen des 20.04. haben halt auch logischerweise sehr viele aufgenommen und nehmen das natürlich als Datum, bei dem sich was ändern könnte. Deswegen, es ist halt so, und jetzt hörst du das, was man hören will, klar. Ja gut, du hörst jetzt 30.04. und natürlich ist das dann natürlich das Datum, an dem wir uns jetzt klammern, klar. Ich glaube, man macht das aber auch mit dieser Konsequenz und mit dieser Deutlichkeit, weil man muss natürlich auch den Fußball als das auch sehen, was er ist, nämlich ein Wirtschaftsbetrieb. Und du hast Verbindlichkeiten oder Vereinbarungen gegenüber Sponsoren und gegenüber Fernsehübertragungsanstalten. Und du musst natürlich auch irgendwann als Wirtschaftsunternehmen, DFL und die Vereine, die da dranhängen, halt auch irgendwann eine Aussage bringen und sagen so, lieber Hauptsponsor, wir haben dich verstanden. Jetzt waren wir hier vier Wochen nicht dein Emblem im Fernsehen zu sehen, aber ab dann und dann geht es wieder los. Und bitte halt bis dahin noch die Füße still, weil wir wollen auch deine Kohle hier am Ende des Tages noch haben. Also da musst du ja dann auch irgendwann mal mit einer verbindlichen Aussage da irgendwann kommen. Ja, weil ansonsten hast du nämlich auch ein Problem mit den ganzen Sponsoren, die einfach irgendwann sagen so, wenn ihr selbst nicht wisst, wann es hier weitergeht, dann streichen wir jetzt hier mal 20% Zahlung raus. Da hinten steht unser Anwalt, viel Spaß. Und dann hast du ein ganz anderes Problem. Und wir haben ja auch die Aussagen von anderer Stelle gehört, was mich halt auch jetzt, war ja nicht heute, sondern vor ein paar Tagen schon, was mich da erschreckt hat, ist, dass am Ende halt wirklich, wenn die das Ding nicht irgendwie nach Hause fahren, ein Drittel der Bundesligisten und zwei Drittel der Zweitligisten vor einer Insolvenz stehen. Also da siehst du halt auch, wie eng auf Kante dieses ganze Konstrukt Fußball genäht ist. Das stimmt, das stimmt. Darüber haben wir ja in der letzten Woche ja auch schon mal ein bisschen gesprochen, wenn du siehst, wie anfällig das halt alles ist. Aber wenn wir jetzt wirklich nochmal dahin zurückgehen und sagen, okay, wir nehmen jetzt mal dieses Datum. Wir denken, dass das funktionieren könnte oder die probieren ja auch alles. Das ist ja nicht nur so ein loses Datum. Die setzen jetzt alles darauf an, dass es ab Anfang Mai wieder losgeht. Deswegen ja die weiteren Pläne. Und zwar, wir haben eben gerade darüber gesprochen, es soll stattfinden, aber ohne Zuschauer. Das heißt, gleichbedeutend muss trotzdem alles dementsprechend klargelegt werden, damit sich niemand infiziert. Ist es denn möglich, die Berichterstattung so zu machen, dass möglichst wenig Leute vor Ort sind? Mit was kann gearbeitet werden? Und genau deswegen haben sie ja diese Taskforce, glaube ich, auch Sportmedizin und Sonderspielbetrieb eingerichtet, der auf der einen Seite festlegen soll, was du eben schon angedeutet hast, René, dass die Infektologie, heißt das so? Ich weiß nicht. Also, dass die Ansteckung niedrig gehalten werden soll. Und auf der anderen Seite willst du halt auch klar machen, wie kann ich denn, auch wenn es unter beschwerten Bedingungen ist, ein hochwertiges Produkt entwickeln? Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Jetzt habe ich aber eine Frage an der Stelle nochmal. Und ich will ja nicht der Buhmann und ah, das ist doch alles Mist und so weiter. Ich will auch, dass es wieder losgeht. Aber ist es nicht auch bei euch dann so, dass ich denke, ich kenne einige Leute, die auf jeden Fall, sobald hier die Bundesliga wieder losgeht, sich zusammen irgendwo hinsetzen werden, werden das zusammen gucken und nicht zu Hause jeder vor seinem Fernseher alleine. Die Vernunft, finde ich, ist bei vielen da einfach gar nicht da. Und auch, ob es in einem Monat da ist, ist nochmal eine andere Frage. Ist für mich eigentlich dann auch so ein Punkt, den habe ich auch jetzt schon häufiger in den Diskussionen zumindest gehört, wenn irgendwelche, ja, ich sage mal, Wissenschaftler, Virologen und so weiter zum Thema kamen, die gesagt haben, es ist ja nicht nur, dass da beim Spiel dann im Endeffekt Spieler sich anstecken können oder die Mitarbeiter plus noch das Fernsehteam plus noch Dings. Das ist sowieso schon ein Riesenkonsortium, was du brauchst, um ein einigermaßen qualitativ hochwertiges Produkt zu liefern. Und denn du hast ja auch die Leute, die dann auf einmal sagen, jetzt ist ja wieder alles in Ordnung. Komm, wir treffen uns jetzt wieder, komm, wir setzen uns zusammen von Fernseher, gucken ein bisschen Public Viewing mäßig. Ach komm, wir fahren mal wieder alle gemeinschaftlich zum Stadion. Jetzt heizen wir die richtig an. Aber ganz ehrlich, zum Stadion zu fahren, ist doch Unsinn. Wenn ich weiß, dass die Situation momentan noch angespannt ist, dann muss ich das, also, dass man sich zum Public Viewing... Meinst du, die Leute sind so intelligent, Marvin? Also wenn ich mir zumindest... Du siehst doch, sorry, aber du siehst doch gerade, dass wir aktuell noch gewisse Einschränkungen haben. Wenn die gelockert würden und das dann gleichzeitig damit einherfällt, also zur gleichen Zeit, dann kann ich davon ausgehen. Aber wenn die Einschränkungen sich nicht wesentlich ändern, dann gehe ich nicht davon aus, dass dann plötzlich Leute sagen, wir machen Public Viewing. Du könntest eher entwickeln eine Maßnahme dafür, dass es eine große Menge an Leuten konsumieren und sehen kann. Das heißt, du kannst, was ich ja schon mal auch angedacht hatte bei Twitter, und dann hatte ja Sky, ist ja genau darauf eingegangen, hat ja dann die Option gemacht, okay, es gibt Geisterspiele, dann machen wir für euch das frei verfügbar. Dann könnt ihr die Konferenz beispielsweise gucken. Das wäre eine Möglichkeit, dass du die Verfügbarkeit für alle erweiterst. Ja, weil dann gehst du nämlich genau solchen Entwicklungen auch entgegen. Weißt du, so könntest du es machen. Also ich verstehe dein Risiko, aber das wäre eine Möglichkeit. Marvin, auf jeden Fall. Nee, finde ich sehr gut. Aber ich muss wirklich sagen, vielleicht bin ich dann auch wieder zu pessimistisch und zu, es ist einfach für mich schwierig, wirklich den Leuten das so zu verkaufen, dass sie dann im Endeffekt ihre alte Gewohnheit trotzdem, und wir reden ja hier immer noch vom 1. Mai-Wochenende, und wenn alles normal läuft, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 20. wird vielleicht schon ein paar Lockerungen geben. Ich hoffe einfach, dass das keine falschen Signale sind, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Macht einfach wieder so, wie ihr wollt. Das ist so, ich habe einfach Angst, dass die Leute das völlig in den falschen Hals bekommen und sagen, jetzt läuft doch wieder Fußball. Was, ich darf mich doch wieder mit drei Leuten auf der Straße treffen. Ist doch scheißegal. Dann setze ich mich halt mit zehn Leuten in den Keller und gucke im Endeffekt Fußball. Und dann können wir auch wieder kleine Partys machen. Einfach, ich habe so ein bisschen Angst davor. Und wir reden ja immer davon, die Fußball-Bundesliga hat im Endeffekt Vorbildcharakter. Und da ist es einfach für mich, dass die Leute es meiner Meinung nach, wenn so zusammensetzt werden und die Situation es eigentlich nicht zulässt, sondern einfach halt, damit es jetzt wieder losgeht, da anfängst. Das ist einfach das, wo ich ein bisschen Magenschmerzen bekomme. Also ganz ehrlich, das sehe ich nicht. Also wenn ich mir auch angucke, also man kann es ja jetzt nur beurteilen, auf den Menschen, mit denen ich spreche und auf meiner Filterbubble in sozialen Netzwerken, dann stelle ich schon fest, dass die Fußballfans, die dort unterwegs sind, das Ganze sehr differenziert beurteilen können. Und wenn du auch diese ganzen Fan, diese ganzen Banner und so weiter siehst, wo irgendwie den Leuten in diesen Systemkrebs politischen Berufen Mut zugesprochen wird, dann würde ich behaupten, dass diese Fußball-Fan-Blase das sehr differenziert betrachtet und die sehr wohl das beurteilen können. Da mache ich mir tatsächlich eher die Gedanken um diese ganzen Freizeitmenschen, die dann da irgendwie in Berlin auf dem Tempelhofer Feld mit 200 Leuten rumhängen. Um die mache ich mir dann da mehr Sorgen, als um die Fußballfans. Ist ein guter Punkt, René, weil ja gerade sehr, sehr viele Ultras extrem viel Arbeit reinstecken, genau zu dieser Zeit, zu dieser Corona-Zeit diesen sensiblen Berufen helfen oder auch sich um Obdachlose kümmern beziehungsweise Geld holen, versuchen zu akquirieren, damit es den Leuten einigermaßen noch ein bisschen besser geht und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel Sensibilität dabei. Es gibt wahrscheinlich auch trotzdem auch die Bewegung, die du skizziert hast, deswegen würde ich es smart finden, genau diesen Bewegungen Einhalt zu gebieten, indem ich ein Konzept mit Sky entwickle und sage, dafür, dass es jetzt weitergeht, haben wir für euch was entwickelt zu dem und dem Preis, das Saisonfinale, Festpreis, günstig und so weiter und so fort, vielleicht ein paar Sachen sogar kostenlos. Ich glaube, dann wäre sehr, sehr vielen Leuten mitgeholfen. Du würdest auf der einen Seite das eindämmen können und das andere ist halt, wir dürfen nicht vergessen, in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns alle befinden, für Fans des Fußballsports, ist es, glaube ich, ein Riesenrelief, dann wieder, selbst ohne Fans, Fußball gucken zu können. Du hast ehrlich gesagt wieder, René, du hast eben gerade richtig gesagt, die Struktur, auch die wöchentliche Struktur, geht einem so ein bisschen abhanden. Ja, das hört sich jetzt für Leute an, komisch an, die jetzt kein Fußball gucken, aber für uns ist es halt so, wir wissen, Wochenende, vielleicht Samstag, Sonntag, Fußball kann ich angucken, kann ich mich ärgern, kann ich mich freuen, haben wir Diskussionswürdiges. Das fällt ja alles flach und das heißt, das sorgt wieder für Struktur und es ist wieder, man könnte auch sagen, ein bisschen Brot und Spiele, aber vielleicht ist das doch auch relativ strebenswert tatsächlich. Ja, vor allen Dingen, du hast ja auch wieder, was wir reden ja schon, auch irgendwie davon, irgendwie physisch Abstand zu halten zu den Leuten, aber auf so einer sozialen Ebene schon irgendwie den Leuten nahe zu sein und man hört ja viele Geschichten und auch aus dem Bekanntenkreis Menschen, die dann jetzt sich lange nicht gemeldet haben, wo man jetzt irgendwie anfängt, wieder zu sprechen, aber ich stelle halt auch fest, dass mit den Leuten, mit denen man halt sehr viel Kontakt hat, da gehen einem die Themen aus, über was willst du denn reden? Und bei dir so, ja, ich habe daheim gesessen und habe drei Scheiben Brotkäse. Also ist ja auch schnell irgendwie das Gespräch rum, aber auch da hast du ja dann auch wieder irgendwas, wo dann auch die Leute wieder in einen sozialen Austausch kommen können und auch wieder so ein Stück weit Lebensqualität zurückbekommen. Davon muss man ja auch einfach reden. Gehe ich voll mit euch, auf jeden Fall. Und was ich extrem gut fand in dieser Pressekonferenz, dass Seifert ausdrücklich die Aktivitäten von Spielern, Vereinen und Ultras gelobt hat und die Ultras waren sogar die, die er zuerst genannt hat. Also auch da ist das Thema angekommen und wird gesehen und wertgeschätzt. Also von daher fand ich das auch sehr, sehr positiv. Schöner Punkt, schöner Punkt, dass du das erwähnst. Sehr gut. Finde ich auch wichtig, dass das auch von offizieller Seite mal gesehen wird. Es ist natürlich klar, wenn wir das jetzt uns betrachten und reden hier über vielleicht ein Datum wie den 30.04., dann müssen sich weite Teile der Gesellschaft vorkommen wie in einer Parallelenwelt. Das ist uns auch klar. Wir reden, aber wir sind Eintracht-Podcast, wir sind Fußball-Podcast, ist klar, dass wir dann darüber reden, gerade auch wenn die Fußballoberen ebenfalls den 30.04. in den Mund nehmen. Die Sache ist halt auch die, natürlich ist es irgendwie absurd, nur weil Deutschland noch einigermaßen Glück hat, wenn es um die Todesfälle geht, um die Senkung der Kurve gerade ein wenig deutlicher wird. Im Vergleich zu den USA, die jetzt halt gerade die Kacke am Dampfen haben Italien viel schlimmer getroffen und so. Natürlich ist es ein singuläres Problem, das kann ich schon nachvollziehen, aber wenn es die Möglichkeiten gibt in Deutschland, dann halte ich das auch auf eine gesellschaftliche Perspektive nicht so für ganz verkehrt, wirklich den Staat dann zu setzen, wenn es vertretbar ist und diese Vertretbarkeit, die setzt ja auch diese Taskforce durch. Ich bin sehr gespannt, was die sich überlegen tatsächlich. Ich gehe schon davon aus und das ist natürlich, das ist ja, da sitzt ja nicht der Hanebambel um die Ecke zusammen und drei Leute aus der Kneipe, die sich das überlegen, das sind schon Sportmediziner, da sind wahrscheinlich auch Virologen dabei, da sind Leute dabei, die ihr Fach verstehen. Die entscheiden das ja auch nicht alleine, also das ist ja auch so ein bisschen, zumindest so weit, wie ich die Pressekonferenz gesehen habe, steht man da ja auch durchaus in Austausch eben auch mit entsprechend irgendwie der Bundesregierung. Ich meine, es gibt ja auch dort einen Sportminister, Sportministerin, whatever, mit denen man dann natürlich dann auch Kontakt hält, genauso wie ja auch Leute beim Robert-Koch-Institut. Also man wird das Ding ja jetzt nicht einfach irgendwie stattfinden lassen, wieder aller Vorgaben, sondern das wird schon eine sehr überlegte und kalkulierte Thematik sein und so wie Seifert auch gesagt hat, ist das auch keine rein deutsche Thematik, sondern man steht auch regelmäßig im Austausch auch mit den anderen europäischen Ligen, weil natürlich ja hintendran auch die Thematik mit UEFA, also Euroleague und Champions League und so weiter, die ja auch noch irgendwie ausstehen. Also auch mit denen steht man in Austausch, um eben auch über solche Pläne zu reden. Also auch in anderen Ländern versucht man natürlich auch dort den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Ich glaube, Italien ist da noch so ein bisschen eine Sonderthematik, da könnte ich mir vorstellen, dass das da noch ein bisschen länger geht, aber Spanien hat jetzt über Juni nachgedacht. Spanien hat jetzt über Juni nachgedacht, also man versucht sich da schon so ein bisschen auch anzunähern und zu gucken, dass man da auch irgendwie europaweit wieder in so einen Fluss reinkommt, was ich auch ganz spannend einfach fand. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass England auch jetzt, die ist jetzt auch noch nicht 100, also die ist auch natürlich schwer getroffen hat von den Fallzahlen, aber ein bisschen geringer, also ich glaube, die werden auch bald wieder darüber nachdenken, klar. Aber es ist natürlich jetzt so eine interessante Sache zu sehen, wie das überhaupt stattfinden kann. Ich kann mir vorstellen, also ich kann nochmal ein kurzes Wrestling-Beispiel geben, bis zuletzt hat hier die WWE trotz der Tatsache, dass es in den USA gerade richtig heiß hergeht, noch veranstaltet, ohne Fans, in ihrem kleinen Performance Center, in einer Halle, aber auch mit Wrestlern, keine Ahnung, wie viele Wrestler waren denn insgesamt pro Show eingesetzt. Na ja, jetzt haben sie WrestleMania abgedreht, da waren bestimmt auch 30, 40 Leute dabei, ne? Und trotzdem, wurde natürlich auch probiert mit minimalem Einsatz, Kamera, ja klar, haben wir verschiedene, aber trotzdem nicht unnötig viele Leute, die da noch rumwuseln, die noch sonst andere Dinge tun, sondern der Mikrofon, das, wie sagt man, Sportreporter fällt woanders hingepackt, die Moderatoren woanders hingepackt und so weiter und so fort. Also, ich glaube auch die, die, die Bundesliga wird sich darüber dementsprechend Gedanken machen, zu sagen, okay, reicht es vielleicht, wenn wir die Sportmoderatoren und Kommentatoren überhaupt gar nicht an einem Spielfeld beispielsweise haben, wir haben die weiter separat in, bei Sky dann beispielsweise in, ja keine Ahnung, wahrscheinlich in einem Studio, die Kommentatoren sitzen dann vielleicht alleine und so weiter und so fort, das kann ich mir alles durchaus vorstellen und gleichzeitig auch komplett runtergefahren, die Technik und so weiter und so fort, also dass da auch viel automatisiert passieren wird. Dass da viel automatisiert passiert und dass du halt ansonsten den, den Staff der Mannschaften halt auch stärker voneinander irgendwie separierst, dass du halt auch wirklich aussagst von wegen, okay, die Spieler können meinetwegen zusammen irgendwie rauslaufen, weil die sind ja auf dem Spielfeld sowieso irgendwie, aber dann halt auch, was weiß ich, irgendwie die Trainer weiter auseinandersetzen oder sonst irgendwas. Ich meine, du hast natürlich in einem leeren Stadion auch noch andere Räume, was ich mich halt nur dabei frage, Wrestling war jetzt so dein Vergleichsbeispiel, zumindest nach meiner Wahrnehmung reden wir da jetzt auch nicht unbedingt von irgendwie Sportlern, die jetzt irgendwie mehrere Millionen im Monat verdienen, die haben einen ganz anderen Druck auch zu arbeiten. Jetzt stelle ich mir die Frage, was passiert denn, wenn der erste Fußballspieler sagt, sorry, das ist mir zu heikel, ich gehe nicht da raus aufs Feld? Guter Punkt, keine Ahnung, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Das kann halt eine ganz interessante Domino-Wirkung haben, dass der eine sagt, nee, das ist mir zu risikoreich. Ich könnte mir aber tatsächlich fast vorstellen, dass die allermeisten Fußballer überhaupt keine Angst haben und eher sagen, dass sie genervt sind und wollen wieder auf den Fußballplatz. Ich weiß gar nicht, das ist inwiefern. Schwierig zu sagen, da sind sicherlich ein paar dabei, die jetzt gerade irgendwie am Anfang ihrer Karriere stehen, die noch einen gewissen Erfolgsdruck irgendwie haben, die jetzt einfach sagen, so komm, ich bin irgendwie gut trainiert, ich habe keine Vorerkrankungen, ich habe auch in der Familie vielleicht jetzt hier keinen im direkten Zusammenhang, den ich irgendwie anstecken kann. Komm, ich will hier noch irgendwas reißen und ich habe vielleicht das Konto noch nicht voll, dann hast du vielleicht auf der anderen Seite irgendwie einen, der irgendwie sowieso kurz vor dem Ende seiner Karriere steht, das Konto voll hat in Sachen wegen, wisst ihr was Leute, mach ich nicht mit. Also ist jetzt alles sehr viel Spekulation, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch noch ein bisschen Diskussion und Überzeugungsarbeit halt auch geben wird. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie sich das bei den Leuten im Kopf abspielt. Das ist ja auch bei jedem irgendwie unterschiedlich, wie viel Angst man tatsächlich vor dieser Situation einfach auch hat. Ja, keine Ahnung, da bin ich mal gespannt. Da wird sich wahrscheinlich aber jetzt auch schon zu Beginn des Trainingsbetriebes kann sich das wahrscheinlich auch zeigen. Also auch jetzt, weil ich glaube, du hast vollkommen recht, dass auch die äußeren Einflüsse, auch die Medienberichte aus anderen Ländern vielleicht auch viele ausländische Mitbürger dementsprechend irgendwie beeinflussen, wenn sie sehen, dass, ich weiß, in Portugal ist jetzt relativ glimpflich abgelaufen. Aber beispielsweise, wenn wir jetzt viele Amerikaner in unserem Team hätten, die sind beeinflusst dadurch, was sie gerade sehen, allein in New York. Und wenn du dir italienischen Medienberichte anschaust, dann bist du wahrscheinlich auch so, dass du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt auf Fußball konzentrieren kann, dann ist das jetzt der richtige Move. Dafür muss halt aber auch die Taskforce Sportmedizin ein Konzept entwickeln, dass das halt sicher bleibt. Wer weiß, wenn die ersten Corona-Fälle dann trotzdem innerhalb eines Teams wieder auftauchen, erneut. Ja, das ist ja dann sowieso auch ein Faktor. Wie sieht es dann aus, wenn tatsächlich dann Spieler positiv getestet werden? Bleiben wir nochmal bei den Spielern mit, wie gehen die mit der Situation um? Für mich ist das dann auch eine große Aufgabe in den Vereinen, wie die Spieler dort und auch, das ist jetzt Spieler exemplarisch genommen, aber da gehört natürlich auch so alles rundherum an Mitarbeitern mit dazu, wie die jetzt da auch betreut werden. Und für mich zeigt sich an der Stelle auch, wie groß der Zusammenhalt in so einem Team ist, wie sehr du dich auf die anderen verlassen kannst, wie gut die Beziehung untereinander mit den Spielern ist. Das bringt dich auch einfacher nochmal durch so eine Situation, als wenn du jetzt eine Mannschaft hast mit irgendwie zwar fünf tollen, 15 tollen Top-Fußballern, die allen Arsch voll Kohle wert sind, aber die halt an sich mit den anderen nichts zu tun haben wollen. Also da macht es dann auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen den Unterschied. Sehr guter Punkt, René. Ganz kurz auch nochmal zu dem Thema natürlich auch wieder der Hinweis, wir sind keine Arbeitsrechtler, aber wenn du wieder den Vergleich in die Arbeitswelt nimmst, muss ja im Endeffekt, ich denke, dass sich das hier schon viel auf freiwilligen Basis tatsächlich dann bewegt, denn der Arbeitgeber muss ja dafür sorgen, dass die Infektionswahrscheinlichkeit sozusagen so minimiert ist, wie es nur geht. Das heißt zum Beispiel, Marvin, auch nochmal ein Beispiel, Großraumbüro darf nicht nicht mehr voll besetzt sein, sondern muss die Leute, entweder musst du die Möglichkeit geben, ein Homeoffice zu machen oder im Endeffekt so die Desinfektionsmöglichkeiten und so weiter, dass du einfach deine Abstände einhalten kannst, dass du denkst, das sehen wir ja alle, ist beim Fußball so nicht gegeben. Fußballer kann kein Homeoffice machen, auch ein Physio kann kein Homeoffice machen. Also du siehst, da haben wir schon einen Spezialfall hier, dass im Endeffekt das eigentlich nicht anzuwenden ist. Dann die Spieler. Jeder weiß, wenn du deine zwei Meter jeder Abstand hält voneinander, dann wird es ein relativ seltsames Fußballspiel. Also dementsprechend, da ist es auch schwierig. Deshalb denke ich schon, dass sich das viel im Bereich Freiwilligen und auch Überzeugungsarbeit bewegt. Und ich denke, dass natürlich diese, ja, es wird da auch schon den einen oder anderen geben, der dann sagt, nein, ich möchte nicht. Ob das dann natürlich medial und nach außen hin so verbreitet wird oder ob dann gesagt wird, okay, kein Problem, dann bleib du zu Hause und dann ist das halt so, um einfach diese Stimmung nicht weiterzutreiben. In die gesamte Mannschaft und so weiter, kann ich mir schon vorstellen, dass da viele Einzelgespräche notwendig sind und auch einzelne, wie nennt man das denn? Ja, ich sage mal Abmachung. Vielleicht sagt der eine Spieler, wie du gesagt hast, oh je, für mich ist das nichts mehr, dann muss man das akzeptieren. Junge, wilde, vielleicht ist das auch eine Chance für Leute, die einfach ein bisschen, ich sage jetzt mal, sich im Kopf ausschalten und wollen einfach Fußball spielen und haben einfach Bock und sehen diese ganze Situation gar nicht so ernst als jetzt jemand, der total Angst hat davor. Ich glaube, das bringt uns dann auch, der bringt uns auch auf dem Fußballplatz dann nichts, wenn er Angst hat, sich jede Minute anzustecken. Und ich denke, dass das eine ganz wichtige Situation ist, dass wir hier in einem freiwilligen Bereich uns wahrscheinlich befinden, dass hier keiner gezwungen wird und dementsprechend aber dann auch nur die, die eben überzeugt sind, davon auch spielen sollten, weil das andere, das bringt uns eh nichts, wenn einer sich nur Gedanken macht, dass er sich nicht anstellt. Das wird dann natürlich auch nochmal, wenn wir jetzt mal tatsächlich auf einen möglichen Spielbetrieb schauen, dann auch die Aufstellungen der Mannschaften und auch die Aufstellungen der Eintracht durchaus beeinflussen. Wer ist gerade frei im Kopf und wer fühlt sich überhaupt geistig wie körperlich in der Lage, an so einem Spiel irgendwie teilzunehmen. Also da wird vielleicht auch den ein oder anderen Spieler, auf den man als Mannschaft angewiesen ist, vielleicht in der Startaufstellung nicht geben. Ja, aber jetzt nochmal zwei Nummern zurück, bevor wir jetzt zur Startaufstellung kommen, gibt es ja ganz andere Fragen, die sich dann stellen, denn wenn du sagst, du fängst an an zu trainieren, dann bist du trotzdem die einzige Möglichkeit, wie du das dann irgendwie versuchen kannst, klarzuhalten, ohne dass es Neuansteckungen gibt, ist im Endeffekt in einer Art Dauerquarantäne, kann man auf der einen Seite sagen, oder du sagst halt, das ist ein dauerhaftes Trainingslager, was sie da haben, das ist ein geschlossener Bereich. Das heißt, im Endeffekt müsstest du Ideen entwickeln, Konzepte entwickeln, wie du wahrscheinlich diejenigen, die Familien haben, was ist total, also ihr merkt, wie krass das eigentlich ist, weil allein wenn du Familien hast und dir natürlich auch, wenn die Kinder irgendwie in die Schule müssen, okay, momentan geht es gerade nicht. Also solange das nicht der Fall ist, gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten, aber im Endeffekt müsstest du ja normalerweise die Spiele und auch deren Familien, erstmal müsstest du alle testen. Das hat die Eintritt ja beispielsweise gemacht und da gab es ein paar, die waren positiv, das wird jetzt auskuriert und dann stoßen sie wieder zur Mannschaft dazu. So, und das müsste mit Familienmitgliedern auch gemacht werden, damit du sicher gehst, wenn die dann isoliert werden, stellen wir vor, sie sind alle negativ, okay, da ist alles in Ordnung und die müsstest du ja alle zusammen in einen Quarantäne-Betrieb bringen, du müsstest die normalerweise in ein Hotel stecken und da müssten die ganz gezielt darauf trainieren, auf die nächsten Spiele, auf die nächsten Wochen, nächsten Monate und dann können sie halt ihre Mitspieler sehen, weil da wissen wir, dass das alles in Ordnung ist und du siehst deine Familie, wo wir dann auch wissen, dass alles in Ordnung ist. Alle anderen sozialen Kontakte, Geht aber ja so weiter mit Physio und so weiter. Ja, ja, klar. Also jeder, der dann so eng Kontakt hat. Also ich meine, ob du die jetzt unbedingt in ein Hotel stecken musst, weiß ich nicht. Du kannst die auch in häusliche Quarantäne stellen, aber überleg mal, was das dann auch für eine Schere im Kopf ist. Jetzt mal angenommen, bleiben wir mal bei der Hypothese, 20.04. werden gewisse Einschränkungen irgendwie gelockert, Leute dürfen wieder in gewissem Maße an sozialem Leben teilnehmen, aber du, der du entweder Fußballspieler bist oder Familie oder halt eben Stuff in einem Fußballbetrieb, du darfst nicht an deinem sozialen Leben teilnehmen, sondern musst außer Arbeiten in einer vom Arbeitgeber gewünschten häuslichen Quarantäne oder irgendwas bleiben. Also das stelle ich mir auch so vom Mentalen her extrem schwierig vor. Auf jeden Fall. Wieder nur auf freiwilligen Basis, ne? Genau. Also das ist aber tatsächlich das einzige Konzept, was ich mir gerade vorstellen kann. Wir reden hier nur über Hypothesen, aber tatsächlich ist diese Art und Weise zu sagen, wir machen das zumindest in einem Hotel oder wir haben die Families dann irgendwo, keine Ahnung, dass die auch sicher sind, keine Ahnung. Das ist für mich das einzige Konzept, wie du auch sicher gehen kannst, dass sich nicht andere infizieren. Ja klar, also du musst das, wenn du wirklich sagst, von wegen letzte Chance, wir müssen das Ding jetzt irgendwie in den zwei Monaten hier jetzt noch durchdrücken, um hier halt eben auch die Wirtschaftlichkeit zu wahren, dann musst du mindestens mal die Spieler und die Mitarbeiter sehr eng kontrollieren und auch in einer Umgebung bringen, jetzt wollte ich gerade halten sagen, wir sind ja keine Tiere, aber in eine Umgebung bringen, wo du halt einfach das Infektionsrisiko für diesen Betrieb minimierst. Also entweder dann halt die kompletten Familien mit oder halt einfach sagen, so jetzt sag mal hier Tschüss zu Frau und Kind, die siehst du jetzt erst mal in zwei Monaten wieder. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil dann gibt es einen krassen Leistungsanfall. Weil dann gibt es einen krassen Leistungsanfall. Auch noch ein Punkt dazu, dann ist es doch, wenn sowas wirklich gemacht werden würde, am wahrscheinlichsten, dass wir eher wie in einem Turniermodus dann spielen, oder? Also das heißt, viel kürzere Zeiträume, nicht einmal pro Woche und eben nicht diese zwei Monate, sondern dass wir alle zwei Tage, alle drei Tage im Endeffekt hier ein Ligaspiel sehen, oder Ligaspiel von unserer Mannschaft sehen, um eben diese Zeit dann vielleicht zu verkürzen. Das kann ja dann, das könnte ich mir dann noch vorstellen. Das hat aber natürlich wieder riesige andere Auswirkungen. Also ob das natürlich alles dann so funktioniert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass in dieser Taskforce Spielbetrieb und auch von den, in der Zusammenarbeit für diesen Leitfaden mit diesen medizinischen Maßnahmen genau solche Planspiele jetzt irgendwie durchprobiert werden und man halt einfach sich mal anhand von Beispielrechnungen anguckt, was ist das, was am effektivsten ist und das geringste Risiko mit sich bringt. Und dann werden die am Ende, so zumindestens meiner vielleicht auch naive Hoffnung, mit einem Plan um die Ecke kommen, wie das zu handhaben ist. Auf jeden Fall. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das ist mega interessant. Wir haben uns jetzt schon echt genau diese Gedanken gemacht, um zu überlegen, was könnte passieren, wie könnte es passieren, aber ich finde es total interessant, weil ich glaube, genau diese Überlegungen werden die sich wahrscheinlich auch machen gerade. Ja, natürlich. Müssen auf jeden Fall. Sie haben sich ja auch heute schon mehr, jetzt kommen wir mal noch einen Schritt weiter, mehr Überlegungen gemacht. Sie haben sich nämlich auch schon Gedanken gemacht, okay, was bedeutet das jetzt von einer finanziellen Seite? Sie haben nämlich zum einen eben gesagt, neben dem Punkt, dass sie die Saison zu Ende spielen wollen, dass sie in der laufenden Saison sollte ein Verein von sich aus Insolvenz anmelden, dass es keinen Punkteabzug gibt. Also in den Statuten steht ja irgendwie drin, dass du, wenn du Insolvenz anmeldest, kriegst du neun Punkte im laufenden Spielbetrieb abgezogen. Das setzen sie aus. Genauso in der Folgesaison, wenn du wirklich als insolventer Verein spielst, kriegst du da einen geringeren Punkteabzug, nicht neun, sondern drei. Es gibt auch keine wirtschaftliche Prüfung für die Neulizenzierung für die Spielzeit 2020, 2021 und diese anstehende Liquiditätsprüfung, die es immer so um den Oktober rum wohl gibt, die wird um einen Monat nach vorne gezogen, einfach um kurz nach Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres, 30.06. schon diese Prüfung zu machen, um mit den Vereinen gemeinsam auch Pläne zu machen, wie die wieder in die Liquidität zurückgeführt werden können. Also auch da macht man sich jetzt schon intensiv Gedanken über die laufende Saison hinaus, wie können wir diesen Betrieb, Bundesliga und alles das, was hinten dran hängt, aufrechterhalten. Das war ja das, was Basti auch in den vergangenen Folgen immer gesagt hat. für die Vereine und für die Übertragungs hier Fußball, Sky-Gedöns, ist es halt auch extrem wichtig, dass das Produkt Bundesliga, Zweite Liga weiter existiert, weil wenn du halt eben nur noch die Hälfte der Vereine hast, dann hast du kein Produkt mehr, was du vermarkten kannst. Also das zeigt sich ja jetzt auch daran, dass sie sich jetzt zumindest in so einer eintägigen Session sich schon irgendwie Gedanken drüber machen, wie können wir das umsetzen, dass wir möglichst wenig Verluste haben und ich glaube, wenn die jetzt mal mehr Zeit haben und da auch konkreter noch dran gehen, dass die da schon auch an konkretere Pläne noch arbeiten werden. Es ist auf der einen Seite eine Gefahr, klar, es kann aber natürlich auch irgendwie eine Chance sein. Also wenn die wirklich ein Konzept entwickeln, was dementsprechend tragfähig ist, könnten die theoretisch auch wegweisend sein für alle anderen Fußball-Ligen in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, oder halt generell für andere Sportartikel. Das ist ja jetzt auch kein Problem, was jetzt der Fußball oder die Bundesliga an sich alleine exklusiv hat, sondern das gleiche Problem hast du ja bei Handball und so weiter. Können wir ehrlich mal sagen, was kann der Handball vom Fußball lernen, meine Freunde? So, sehr gut. Also ist extrem spannend, ich fand das sehr gut, man kann sich diese Pressekonferenz auf der Seite der DFL anschauen, wer mal eine Stunde Zeit hat, der ein oder andere hat vielleicht gerade Zeit, könnte sich das anhauen, ich fand es sehr informativ. Ja, also, sehr gut, wir mal drüber gesprochen haben. Cool. Schauen wir mal, was da kommt und was sich jetzt in der nächsten Zeit da tun wird, wie gesagt, nächster Termin Mitgliederversammlung ist der 17. 4. und dann wissen wir da vielleicht an der Stelle. Da dürfte sich schon richtungsweisend was tun, in einer oder in die andere Richtung. So ist es. Wir werden es auf jeden Fall wieder besprechen, das steht schon mal fest, das können wir heute und hier zusagen. Genau. Über was wir auch sprechen müssen, ist Dinge, die sich aktuell bei der Eintracht tun. Der Eintracht hat, wie so oft, mal wieder eine Strafzahlung bekommen von der UEFA, weil, und so wurde es so wunderschön in diesem Kicker-Artikel beschrieben, der Anhang der Frankfurter Eintracht die UEFA in Misskredit gebracht hat. Dafür gibt es 10.000 Euro Strafe. Zusätzlich gibt es noch mal 32.000 Euro wegen Blockierung von Zugangswegen und 15.000 Euro wegen eines unzulässigen Banners. All das ist passiert beim Hinspiel in der Euroleague gegen RB Salzburg. Da wart ihr doch auch vor Ort, ne? Ja. Habt ihr in Zugangswegen gestanden oder habt ihr die UEFA in Misskredit gebracht? Was davon geht auf eure Kappe? Letzteres ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Darüber wollen wir nicht sprechen, Marvin. 10.000 Euro, weil der Anhang der Frankfurter Eintracht die UEFA in Misskredit gebracht hat. Da stelle ich mir auch vor Leute. Was haben die gemacht? Kinder gefressen? Schafe geraubt? Also, mein Gott. Es ist, glaube ich, echt einfach erbärmlich, aber es lohnt sich gar nicht, darüber nachzudenken. Nee, habe ich auch nicht die Kraft zu. Das einzig Positive ist, dass Wolfsburg auch eine Strafe kassiert hat. Ja. Siehste, immerhin, immerhin. Aber es gibt ja viel bessere Nachrichten, beispielsweise, wenn wir auf unsere Jugendabteilung schauen. Genau, es gibt ein neues Trainerteam, die jetzt da angeheuert haben. Moment, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Wahrscheinlich weißt du sie auswendig. Thomas Bräuch. Thomas Bräuch und Jerome Polenz. Genau. Genau, die sind ja mit der Zone, genau, haben dort Spiele kommentiert, beziehungsweise analysiert. Thomas Bräuch kennen wir von seiner Zeit in Köln. Wir wissen, es gibt einen eigenen Film über ihn. Er hatte Bücher geschrieben. Man weiß über seine lange Zeit auch in Australien. Er war dort auch zuletzt Co-Trainer bei Brisbane Raw und versucht jetzt im Fußball auch als Trainer dementsprechend in Deutschland Fuß zu fassen und ich weiß, dass es erste Kontakte schon im letzten Jahr gab, das hatte Basti, wir hatten, Basti und ich hatten darüber gesprochen, die gab es schon im letzten Jahr und auch mit Jerome Polenz zusammen und jetzt hat man sich auf einen Vertrag geeinigt, dass es heißt, Thomas Bräuch und Jerome Polenz in der nächsten Saison U15-Trainer. Finde ich eine ganz nette Abgelängheit. So wie ich das verstanden habe, gab es ja nicht nur Kontakte, sondern die beiden waren ja auch im Januar, glaube ich, so hatte ich das irgendwo gelesen in diesem Interview, was es mit Möller da gab. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich hier den Passus finde. Genau, die waren im Januar schon am Trainingsgelände und haben da schon mal reingeschnuppert, wie man das so schön heutzutage sagt und haben da quasi schon mal so ein bisschen am Trainingsbetrieb mitgewirkt und man hat sie quasi pro bearbeiten lassen. Also man hat da jetzt nicht irgendwie die Katze im Sack verpflichtet, sondern man, wie du schon sagst, man kennt sie aus der Vergangenheit und sie waren eben auch schon mal da und man hat da großes Vertrauen in die beiden und ich finde das eigentlich so einen ganz smarten Move. Ich finde auch, Dennis, was sagst du? Nein, ich bin auf jeden Fall auch zufrieden. Ich sage mal, es ist eine tolle Entwicklung und ich muss auch sagen, dass ich, ich finde sie schon kompetent auf jeden Fall, muss man einfach schauen, wie sie sich in den Vereinen einleben. Es ist ja immer, gerade in diesen U-Mannschaften muss es irgendwie vom Gefühl her passen. Das ist ja viel auch, brauchst ein gutes, einen guten Draht zu den Spielern, musst einfach eine gute Präsenz haben und da denke ich, sind die beiden auf jeden Fall prädestiniert für und habe ich keine Magenschmerzen. Also man muss es beobachten, aber ich denke, dass da auf jeden Fall, ja, es hätte uns auf jeden Fall deutlich schlechter treffen können, wenn du die anderen Namen, die da teilweise gehandelt wurden, da sagen wir lieber, nee, ist super, also bin ich zufrieden. Wir müssen es ja eh abwarten, ne? Also ich meine ganz ehrlich, keiner von uns hat jetzt komplette Insider-Informationen und weiß, was jetzt als U15-Trainer komplett gefordert ist und so. Also ich meine, na klar, wir wissen schon, um was es so im Großen und Ganzen geht, die Frankfurter U15 steht ja aktuell gar nicht so schlecht da, ja, also das läuft ja grundsätzlich auch ganz gut, aber ich glaube, es ist für beide ein ganz guter Break, um überhaupt ins Trainergeschäft mal reinzukommen. Genau so ist es, ja. Und das ist, glaube ich, der erste richtige Weg, die gehen dann ihren Weg, das ist ja die C-Jugend im Grunde und da gucken wir mal, wie das dann halt läuft, aber ich finde es erstmal eine smarte Idee, allein insofern eine smarte Idee, weil du setzt relativ niedrig an, U15, die müssen sich dann aber auch erstmal beweisen, das ist aber genau diese, ich finde es insofern eigentlich ganz cool, weil du sagst, dass du die beiden da, wie soll ich sagen, reinsetzt, die, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für Fußball an sich haben. Und Thomas Bräuch ist ja dafür bekannt, der nicht den Weg gegangen ist, der ihm am, zwingend am meisten Erfolg gebracht hat, aber der ihnen in seiner Spielfreiheit auch irgendwelche Möglichkeiten liest, ne? Und vielleicht ist auch das kreative Element, was ein Thomas Bräuch in seiner spielerischen Karriere ja einmal hatte, vielleicht ist das auch ein Anknüpfungspunkt für viele Junioren-Spieler, mit denen sie dann in Kontakt treten können und sagen, hier, wie hast du das gemacht? Und, dass er vielleicht nicht nur auf Athletik guckt, sondern vielleicht auch auf eine Spielephilosophie und eine Spielintelligenz. Ein wichtiger Punkt, finde ich, René, du erst? Ja, was ja auch so ein bisschen zu dem passt, was eben, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen, dass es ein kurzes Interview von Andi Möller auf der Eintracht-Seite gab, wo er eben auch unter anderem über genau diesen Punkt spricht, nämlich die Spielphilosophie im Nachwuchsleistungszentrum, dass man sich da auch an der Profimannschaft orientieren möchte, dass man eben da eine eigene Spielphilosophie ausarbeiten will und die auch quasi dokumentieren und dann auch in diesem Nachwuchsleistungsprinzip Zentrum umsetzen will, was ja auch so ein bisschen dann eben genau zu dem passt, was du sagst, dass da Trainer kommen, die eben auch dieses Thema mitdenken, mit beeinflussen, mit gestalten können und man das eben dann jetzt für dieses komplette Nachwuchsleistungszentrum da quasi jetzt dann haben möchte. Sehr gut, da wollte ich auch auf den Punkt eingehen, aber dann wunderbar, wunderbar im Endeffekt ausgeführt, René, keine Ergänzung. Einen Punkt habe ich aber noch zu den zwei, ich finde, dass es einer U15 oder gerade auch im Endeffekt unterklassischen Mannschaft von der Eintracht sehr gut tut, dass ein bisschen mediale Präsenz oder auch Attraktivität nach außen hin, dass einfach da eine gewisse Aufmerksamkeit sozusagen getroffen wird, denn natürlich die beiden sind uns allen, ihr habt es vorhin schon gesagt, aus verschiedenen Kommentatorenrollen im ARD oder auch bei Dutzen und so weiter bekannt und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Zielfaktor, wieder ein bisschen den Blick hin, oh, bei der U15, aha, okay, das ist, das ist, finde ich, wieder, ah, was macht die Eintracht da, ich, es kann nicht schaden, im Endeffekt da ein bisschen, ja, sozusagen die Werbetrommel zu rühren und auch zu sagen, okay, hier haben wir zwei nette Jungs, die im Endeffekt euch dann mit begleiten würden, das Konzept passt sowieso und das kann auch nochmal ein Überzeugungsfaktor sein und wir wissen alle, dass in der U15 da schon ordentlich gerangelt wird um die, um die guten Plätze und dementsprechend denke ich schon, dass wir da mit den zwei, ja, sozusagen nochmal ein kleines i-Tüpfelchen vielleicht haben, was vielleicht eine Entscheidung mit beeinflussen kann und das ist einfach für mich eine wichtige Sache, dass es nicht so ganz ruhig ist um diese, um diese ganzen U-Mannschaften, sonst ist das Interesse vielleicht auch von außen her nicht so da, jetzt bringst du wieder ein bisschen Fokus da rein, finde ich eine gute Nummer. Okay, ja, finde ich spannend. Finde ich auch, mal sehen, wie das jetzt weitergeht, wie Marvin schon so richtig sagte, ab der Saison 2020, 2021 offiziell als U15-Trainer unterwegs und mal gucken, was dann da jetzt mit Blick auf diese Spielphilosophie demnächst vielleicht noch bekannt wird. Genau, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine gute Idee und wir werden die weiter betrachten. Wir können keine seriöse Einschätzung treffen von wegen, das sind ja super Trainer oder so, das wird die Zeit zeigen, aber es ist zumindest mal ein interessanter Weg. Das ist korrekt und wenn wir über interessante Wege sprechen, dann müssen wir auch über interessante Gerüchte sprechen, das haben uns jetzt hier mehrere Leute per Twitter geschickt. Es ist wohl sehr eindeutig in der Bild-Zeitung geschrieben, ich möchte jetzt ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Bild-Zeitung und auch der Sportteil der Bild keine verlässliche Quelle ist, auf die man sich verlassen sollte, aber die Gerüchte, dass wir ab der neuen Saison einen neuen Sponsor für das Stadion und wahrscheinlich auch für das Stadion Geländer haben, die laufen ja jetzt schon so ein bisschen umher, vielleicht können wir kurz dazu was sagen. Also der Vertrag mit der Commerzbank läuft zum Ende der Saison aus und nach dem, was man ja jetzt schon auch seit Wochen hört, ist die Deutsche Bank wohl ein ganz heißer Kandidat, dort die Namensrechte zu erwerben mit einem Sponsorenvertrag und so wie es eben in besagtem nicht vertrauenswürdigem Medium heute steht, geht es dabei eben nicht nur um das Stadion, sondern eben auch um das Vereinsgelände rundherum und es soll wohl auch eine deutliche Steigerung in dem jährlichen Betrag, der dort gezahlt wird, drin sein, weil davon abgesehen, dass durch diese Änderung mit den Nutzungsrechten von der Stadt einfach auch viel mehr von vornherein in der Kasse der Eintracht landen wird und eben nicht wie bisher ein Großteil von den Rechten an die Stadt geht, weil die ja bislang der Rechteverwerter oder derjenige der Nutzungsrechte Inhaber vom Stadion Gelände waren. Was sind so eure Meinung dazu? Wir reden ja hier gerüchteweise von so circa fünf Millionen. Was haben wir denn jährlich? Dreieinhalb von der Commerzbank, wobei nach dem, was da drin steht, nur eine Million an die Eintracht gegangen ist und der Rest an die Stadt. Okay. Also als Deal wäre das natürlich schon insofern attraktiv, wenn du sagst, du bringst pro Jahr über fünf Millionen ein, gerade in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, wo auch der eine oder andere Bundesligist sowieso darüber nachdenkt, wo er jetzt das Geld herbekommt, in dieser schwierigen Situation, wäre uns das natürlich rein finanziell ein sehr, sehr großer Vorteil. Der Deutsche Bank Park, so wird es mittlerweile gerüchtet, könnte dann der Name sein. Also ich meine, ob ich jetzt der Commerzbank Arena stehen habe oder der Deutsche Bank Park, ist mir tatsächlich ziemlich Wumpe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Es ist halt nur das größte Problem daran, das größte Problem dabei ist halt, dass die Deutsche Bank zuletzt ja nicht wirklich gut geratet wurde. Ich habe jetzt gerade auch was geschickt bekommen, wo sie, glaube ich, ein Triple-P-Rating bekommen haben, was irgendwie vergleichbar mit der einen oder anderen dubiosen Bank in kleineren Staaten ist. Also das ist dann natürlich nicht wirklich geil. Also zum Beispiel die, hier, ein Artikel der Welt, Überschrift, die Förde Sparkasse ist kreditwürdiger als die Deutsche Bank. So, das klingt jetzt immer nicht so geil, ich muss aber sagen, wirtschaftlich kann ich daraus jetzt relativ wenig ziehen. Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, weiß nicht, was das genau bedeutet. Ich weiß nur, dass ein Triple-B-Rating nicht richtig geil ist. Vielleicht weißt du da mehr, Dennis. Ja, ist nicht toll, auf jeden Fall. Definitiv hat die Deutsche Bank ja auch riesige Probleme. Diese aber, also, ich bin mir sicher, dass wenn hier so ein Vertrag gemacht wurde und auch die entsprechenden Juristen und, ich sag mal, Verantwortlichen von Eintrachtseiten nicht komplett alle Augen zu gemacht haben und unterschrieben haben auf gut dünken, denke ich, dass wir auf diese dann in Summe wohl 38 Millionen in sieben Jahren zurückgreifen können. Ich glaube auch nicht, dass die Deutsche Bank da wirklich in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Ist einfach natürlich immer, ja, die Deutsche Bank, was da eher so das Problem ist, die Geschäfte, die sie früher halt gemacht haben, die ja alle dann doch etwas verpönt waren teilweise, einfach haben ja so den Ruf weg, auch mal die nicht ganz weißen Geschäfte zu machen, sondern eine Grauzone immer massiv ausgenutzt zu haben. Dadurch natürlich auch das Problem mit hohen Strafzahlungen, die jetzt, oder Vergleiche, die geschlossen werden müssen, weil einfach, ja, viele geklagt haben. Deshalb ist da natürlich zu sehen, ist nicht unbedingt der, der Premium-Partner, den man sich immer so, ja, sozusagen das total weiße Schaf. Aber ich denke, dass wir uns da von der finanziellen Seite her, müssen wir uns da, denke ich, überhaupt keine Sorgen machen, dass die jetzt einfach zahlungsunfähig oder die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, es ist natürlich jetzt auch nicht super kreativ, aber gut, Frankfurt und eine Bank war jetzt auch nicht so weit weg. dementsprechend Deutsche Bank, Commerzbank, wie du schon gesagt hast, Marvin, gibt nicht so viele Auswahl da. Ne, ich finde es sogar krass, dass die Deutsche Bank sich dementsprechend überhaupt bereit zeigt mit dieser finanziellen Leistung und überhaupt da reingeht. Das spricht natürlich auch, ehrlich gesagt, für die Eintracht, gleichzeitig aber auch für das Verhandlungsgeschick der Vereinsoperin. Das muss man wirklich auch mal, da muss ich auch mal einen Hut ziehen. Das wäre vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Also das ist eine deutliche Qualität. Ich hätte mir natürlich oder ich würde mir wünschen, wenn das nicht irgendwie Deutsche Bank Park heißen würde, sondern die darauf verzichten und sagen, es heißt Waldstadion powered by Deutsche Bank oder sowas. Das wäre natürlich mein 1A-Move. Gut, aber ich glaube, ich bin schon zu lange in Quarantäne und ich bin schon fast in illusorischen Wegen unterwegs. Ja, so wie ich das verstehe, also wenn das wirklich so stimmt, wie es in diesen Beiträgen drinsteht, dann geht das hierbei ja nicht nur um das Stadion, sondern es geht ja um das komplette Areal, also Proficamp, Geschäftsstelle, umliegenden Sportstätten etc. Und es soll wohl in der Anlehnung an den früheren Sportpark Frankfurt sein. Also dementsprechend werden die jetzt nicht ein einzelnes Ding da irgendwie rausziehen, sondern wenn das so stimmt, wie das da steht, dann geht es eben um die Gesamtfläche und dann wird da halt einfach Deutsche Bank Park oben auf dem Stadion da irgendwie draufstehen. Ja, das ist, ja, dann ist es so, also wie gesagt, dann, also ich bin da relativ emotionslos, ich würde, wie gesagt, mich freuen, wenn wir uns da was anderes, man könnte ja auch, man könnte ja auch, was weiß ich, Stadionpark oder so, oder Waldpark, was weiß ich, hätte man auch machen können, aber natürlich muss der Name da irgendwo stehen, ich kann das schon nachvollziehen, aber wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich weniger emotional und weniger negativ als viele andere, ich habe nämlich extrem viel Negatives gehört in der letzten halben Stunde, in der ich mich da mal ein bisschen rumgesurft habe und habe dann geguckt und auch bei vielen WhatsApp-Chats, da war es sehr, sehr negativ, die fanden das alles richtig kacke mit der Deutschen Bank, ich kann den Hass, gerade weil wir davor Commerzbank hatten, jetzt nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aber vielleicht muss ich da eines Besseren belernt werden. Ja, also ich glaube, da gibt es, da gibt es noch ganz, ganz viel fürchterlichere Namen, die es dann da irgendwie bekommen könnte, von daher könnte ich jetzt tatsächlich mit mit dem Deutsche Bankpark da noch irgendwie leben, also es könnte uns auch ganz schlimm treffen und dann steht irgendwie wie zum Beispiel in Hoffenheim die Bresiro Arena oder so ein Kram, also das hätte ich, würde ich viel schlimmer finden, wenn du sowas hast, also damit kann ich noch irgendwie so halbwegs leben. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wann es auch offiziell gemacht wird dann wirklich, aber wird wohl sein. Also so, zumindest gerüchteweise, wie gesagt, alles Gerüchte und Spekulationen hier an dieser Stelle soll wohl auch jetzt relativ zeitnah Anfang April der Deal offiziell gemacht werden, wenn das denn alles so stimmt, wie es in diesem nicht vertrauenswürdigen Medium drinsteht. Wäre aber wie gesagt, wäre aber wie gesagt eine krasse Nummer tatsächlich in dieser Zeit so ein Deal fertig zu machen, das wäre natürlich auf jeden Fall respektabel und ja, vielen Dank an Chris, der unter anderem Chris FFM und der hat es uns geschickt und der Brachbach hatte uns das geschickt. Also ein paar, vielen Dank für den Hinweis und hört auf, Bild-Zeitung zu lesen, das tut einem auf Dauer nicht gut. Vielleicht steht es ja morgen auch auf der Seite vom HR, das ist natürlich ein vertrauenswürdiges Medium, da könnt ihr jederzeit hingehen und nachlesen, selbstverständlich. Können Sie ruhig mal selber recherchieren dann. Genau. Sehr gut. Gibt es sonst noch was Aktuelles von der Eintracht? Ist ja ein bisschen mau in der heutigen Zeit. Nö, ich glaube, dafür haben wir heute schon relativ viel Aktuelles eigentlich besprochen. Wir sind heute am Nabel der Zeit tatsächlich unterwegs. Ich glaube, das sind so die heißesten Themen, die es um die Eintracht generell gab. Ich glaube, weiter, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber bis auf, was wir auf jeden Fall noch sagen können, aber das können wir nachher in die Empfehlung packen. Da habe ich noch was. Haben wir noch was in den Empfehlungen? Dann war das der heiße Shit der aktuellen Zeit. Jetzt gucken wir mal auf den heißen Shit der Vergangenheit und wir haben da diese neue Rubrik, die Marvin letzte Woche ins Leben gerufen hat mit dem wunderbaren Titel Dein erster Titel. Letzte Woche hat ja Basti vom Pokalsieg, vom ersten Pokalsieg, den er erlebt hat, uns berichtet und diese Woche ist der Marvin dran, der uns mal erzählen darf, was so der erste Titel in seiner Fußballerlebenszeit ist, der ihn nachhaltig geprägt hat. Ob zum Guten oder zum Schlechten, wird er uns jetzt gleich sagen. Bin gespannt. Marvin, schieß los. Ja, es ist, wir haben ja, ich habe das ja relativ offen gehalten und gegen ungleich der Basti, der ja 1988 das schon miterlebt hat, habe ich natürlich jetzt wirklich keinen Eintracht-Titel lange Zeit mitbekommen, sondern wir wissen ja 2018 und ganz ehrlich Antalya Cup oder so habe ich jetzt noch nicht mitgezählt, vielleicht habt ihr das mitgezählt, für mich relevant, als ich irgendwie mit Fußball aufgewachsen bin, war im zarten Alter von zwölf Jahren ein Titel und zwar war das die Europameisterschaft 1996. Verdammt, ich hasse dich jetzt schon so abgrundtief, das wäre mein Titel gewesen, den ich auch auf dem Zettel hatte, verdammt. Großartiges Ding, großartig. Also, ich merke, da können wir alle was zu sagen, aber die Europameisterschaft hat mich genau in diesem Fußballherz getroffen, ich hatte davor 1994 schon ein bisschen mit dem Vater geguckt, das war ja dann Weltmeisterschaft in den USA, da bin ich nachts aufgestanden, habe mal reingeguckt, Vater hat das irgendwie alles mitgenommen, sind mir ja relativ früh ausgeschieden, aber dann Euro 96, dieser ganze Weg dahin, wir hatten natürlich das Besondere, oder ich als auch Eintracht-Fan, das mit Andi Köpke, ein Spieler, dort war der, der gerade zu der Zeit bei der Frankfurter Eintracht gespielt hat, und da habe ich schon gedacht, geil, was ist das für eine geile Nummer tatsächlich, war ja großer Torhüter-Fan, hat mich immer gefreut, ihn zu sehen und ich fand, das war auch ein Absolut, nachdem er ja so lang hinter Ilgner war, war es halt jetzt auch mal wirklich sein Turnier und die ganze Art und Weise, wie dieses Turnier gespielt wurde, wir haben ja nicht wirklich geilen Fußball zwingend gespielt, aber die Art und Weise, wie das halt einfach zustande kam, wenn du überlegst, die Dramatik, alles hat irgendwie auf Klinsmann gesetzt, da war Klinsmann aber zwischenzeitlich einfach mega lange verletzt und du wusstest gar nicht, ob er überhaupt noch spielt, dann dieses, ich glaube, es war das Halbfinale, gegen, gegen England, Elfmeterschießen, ja, wo dann, wo dann Andy Möller sich dann da hinstellt, ja, also heute wird man das vielleicht auch alles kritischer sehen, aber damals war das einfach total krass, Elfmeterschießen und dann stellt er sich da hin und sagt, oh, so hier, wer ist der Babo, so sage ich mal, meine Güte, was ein Elfmeterschießen, unfassbarer Krimi tatsächlich, ja, und dann natürlich das Finale, das Finale, Bierhoff war nie wieder so wichtig, wenn ich ehrlich bin, Ja, das ist richtig, ja, vollkommen richtig, ich erinnere mich da auch noch gut dran, ähm, ich hatte mit meinen Eltern dann die, äh, Vereinbarung, dass ich, äh, weil Finale war ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch Sonntagabend, ähm, dass ich, äh, da dann noch gucken durfte, äh, obwohl ja am nächsten Tag irgendwie Schule war, ähm, und dann habe ich dann da mit meinem ersten eigenen Fernseher, den ich dann in meinem Zimmer hatte, dann da, äh, dieses Finale, äh, geschaut, es war, Stimmt, das war, das war spätabendsonntags, glaube ich, ja. Das war sonntagsabendspät und ging ja dann eben auch in die Verlängerung, war ja dann, äh, Siegtreffer durch das, äh, Golden Goal, was Marvin auch gerade eben angesprochen hat. Ich glaube, diese Regelung mit diesem Golden Goal gab es ja auch tatsächlich nur in diesem einen Turnier und danach haben sie dann irgendwie dieses komische Silver Goal-Ding da draus gemacht und haben es ja dann in der, in der darauffolgenden, ähm, im darauffolgenden Turnier dann ganz abgeschafft, weil sie halt einfach festgestellt haben, das ist der größte Bullshit zwischen Kapstadt und Feuerland ist. War auch, ganz ehrlich, ganz ehrlich, das hat uns natürlich wieder zum Vorteil gereicht, aber das wäre halt eine Riesenfrechheit geworden, also auf der anderen Seite hätte ich mich auch wirklich aufgeregt, tatsächlich, ne, weil Tschechien hat ja nicht schlecht gespielt, das war ja die Überraschung des Turniers damals und, ähm, die hatten wir ja auch schon in der Gruppenphase, also wir waren ja in einer Gruppe mit Tschechien, Italien und Russland und haben uns ja auch mit Tschechien so ein bisschen dann um den tatsächlichen Gruppensieg dann gekabbelt. Richtig, richtig, ja. Also, also schon, also eine extrem interessante Europameisterschaft, vielleicht nicht auf einem spielerischen Höhepunkt, aber von der Emotionalität war das extrem spannend und da sind ja auch viele Legenden daraus entstanden, also jetzt nicht nur Klinsmann, der, ja, dann ja wieder kam, mehr oder weniger, aber auch andere Spiele sind ja in der Nacht Matthias Sammer, unfassbar wichtiger Spieler, wir haben eben über Bierhoff gesprochen, und da hätte niemand, also die allerwenigsten kannten den davor so wirklich gut, ja. Also das war ja so ein kleiner Coup von Berti Vogts. Das war schon echt eine Europameisterschaft, die mich emotional als kleiner Fan komplett gepackt hat. Übrigens, müssen wir auch überlegen, was da auch, wie gesagt, was bei Tschechien auch echt gute Spieler dabei waren, Miro Katlec beispielsweise, den wir ja immer schon kannten, Pavel Nedved, Jiji Nemec, kannte man ja logischerweise von Schalke auch, aber Baborski, das sind echt auch, ja genau, das sind echt coole Spieler auch gewesen, Patrick Berger und so weiter und so fort, aber als, und es gab ja noch diesen anderen Frankfurt-Bezug neben Andi Köpke, sondern, und vielleicht auch Möller, es gab ja auch den Bezug, dass die dann nämlich noch nach Frankfurt gefahren sind und haben dort ihren Pokal gefeiert. Und das war natürlich auch, ich war nicht da, ich habe aber als kleine, als kleines Kind habe ich mich hingesetzt und habe die ganze Fahrt vom, von der, wie heißt das hier, Lufthansa, beziehungsweise Flughafen, vom Flughafen zum Römer, habe ich alles per Livestream, beziehungsweise nicht per Livestream, da war das noch analoges, lineares TV, habe ich alles verfolgt, fand ich echt geil und hatte danach sogar so einen Ball mit den Originalunterschriften. Also, war eine schöne Sache. Sehr gut. Also das war mein erster Pokal und eine sehr eindrückliche Erinnerung, muss ich sagen. Sehr cool, auf jeden Fall, ja. Könnt ihr ja mal reinschreiben, was war der erste? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ich meine, wir teilen das, wie ich gerade schon mit René festgestellt habe, teilen wir ähnliche Dinge, aber da kommt ja in den nächsten Wochen noch ein bisschen was. Ich bin gespannt, was ihr habt. Ich habe jetzt gerade eben auch nochmal in den Kader der englischen Mannschaft geklickt, weil für die war das natürlich auch einfach, auch weil die EM im eigenen Land war dann auch einfach ein großes Turnier. Und das war, glaube ich, doch auch für Alan Shearer das letzte Turnier, was er gespielt hat. Der hat danach, glaube ich, dann auch aufgehört. Puh, das ist eine gute Frage. Weiß ich gar nicht. Müsste ich auch mal gucken. Also Alan Shearer natürlich auf jeden Fall relevant gewesen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt sein letztes Turnier war, aber es war halt auf jeden Fall, das war ja auch die riesige Hoffnung der Engländer damals, mit einem auch gar nicht so verkehrten Kader hier wirklich für was zu sorgen. Das hat aber leider nicht ganz so gut geklappt, weil im Halbfinale war Schluss. Im Halbfinale war Schluss. Ja, aber trotzdem, der Kader war ja nicht schlecht. Ich müsste jetzt auch mal nachgucken. Der ist gar nicht mehr im Kopf. Am 11. Mai 2006 kam Shearer zu seinem persönlichen Abschiedsspiel in dem Newcastle United im heimischen St. James Park, dem schottischen Spitzenverein, Glasgow gegenüberstand. Also der hat quasi dann danach seine Karriere beendet. Ich meine, der war ja dann auch schon 36. Nee, nee, nee. Ich glaube, du verwechselst das. Das war, wir reden 96. Du hast gerade 96. Ach, 2060. Ja, siehst du schon. Der hat noch ein bisschen länger gespielt, ja. Aber der hat natürlich, aber seine, aber gut, man kann schon sagen, dass seine... Da habe ich das jetzt total verwechselt. Ich bin ein... Kein Problem, aber seine Nationalmannschaftskarriere war nie wieder auf einem Höhepunkt, wie er 96 war. Genau. Ja, nee, aber ansonsten, ich meine, der Kader allein von den Engländern muss ja auch mal David Seaman... Ich wollte gerade sagen, an den erinnere ich mich noch gut, an den Torwart der Engländer Seaman, ja. Stuart Pearce, der harte Brocken, Gareth Southgate, auch Steve McManaman, ja, also... Auch so ein... Paul Gascoigne natürlich, ne? Oh, ja, ja, ja. Also das war schon irgendwie eine coole Zeit, die wir als Fans natürlich komplett mitgenommen haben, ne? Ja. Die Neville-Brüder beispielsweise. Ja. Naja. Oh, großartig. Ein sehr, sehr großartiges Turnier. Jetzt muss ich mir ernsthaft was anderes einfallen lassen für diese Rubrik. Meine Fresse, das wird schwer. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Wie geil es halt auch war, ne? 96 Euro in England und du hast sogar diesen, du hast sogar dieses Match England gegen Schottland in einer Gruppe. Ja. Geil. Ja, das war schon... Damals hat einen der ganze Kram noch interessiert. Ja, damals war er noch angefeuert und hat sich solche Turniere angeguckt und jetzt, wenn irgendwie drüber spekuliert wird, hier irgendwie, äh, äh, hier, ähm, Europa-Weltmeisterschaft, weiß ich das gerade, ich gar nicht so genau, sieht man schon, wie wenig man sich damit beschäftigt in Katar und hier im Winter und dies und das und dieser ganze Rums, es interessiert einen wirklich irgendwie gar nicht mehr im Vergleich zu damals. Ja. Und das ist halt irgendwie echt schade. Ist schade, aber wie gesagt, dafür haben wir ja momentan im Großen und Ganzen sehr viel Freude mit unserer Eintracht. Das ist, äh... So ist es, Marvin, ja. Korrekt. Ja, vielen Dank für, ähm, deinen Titel. Sehr gerne. Ich trage das jetzt hier mal noch ein und dann könnt ihr ja, wie Marvin so richtig gesagt hat, auch mal in den Kommentaren mal reinschreiben oder uns per Twitter schreiben oder hier in den YouTube-Kommentaren, je nachdem, was eure präferierte Plattform ist, was denn so euer erster Titel war und ich muss mir jetzt ernsthaft mal Gedanken machen, was ich da so noch in meinem Titelgedächtnis habe für die... Jetzt nimmst du den Antalya. Jetzt nimmst du den Antalya Cup, ich merke schon. Allein aus Protest müsste ich den jetzt nehmen, aber da muss ich halt auch ehrlicherweise sagen, der hat mich halt auch null beeinflusst. Das ist auch, also, bei allem Respekt, ist halt der fucking Antalya Cup, ne? Naja, mal schauen. Ich hätte da tatsächlich noch einen anderen Pokal, aber ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, ich kriege da irgendwie Haue für, aber schauen wir mal. Das müsst ihr unter euch ausmachen, ihr müsst ausbald dobern, ihr seid die letzten beiden, da bin ich auf eure Pokale bin ich gespannt. Das wird spannend, auf jeden Fall. Dennis, ich würde sagen, wir gehen da mal in Klausur und überlegen uns da was. Da finden wir schon was, ja. Kein Problem. Ich denke auch. So gut, dann haben wir jetzt diesen Titel und dann müssen wir natürlich jetzt auch nochmal auf den Spieltag von vor 20 Jahren schauen, wie es da mit der Eintracht in der Saison 99-2000 weitergeht. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss. Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Ehrenhaus! Und da sind wir in der Saison 99-2000 angekommen am 28. Spieltag. Nochmal zur Erinnerung, wir haben am 27. Spieltag mit einem 2-1-Erfolg über Arminia Bielefeld uns um einen Punkt an einen Nicht-Abstiegsplatz rangekämpft. Und das Ziel war natürlich, daran weiter festzuhalten und Nia noch an diesen Nicht-Abstiegsplatz ranzurücken. Und dafür musste die Eintracht ran am 8.4.2000 gegen Hertha BSC in Berlin. Und ja, das Ergebnis ist für die Maßgabe, diesen Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen, natürlich wenig erfolgreich. Am Ende geht die Eintracht mit 1-0 in Berlin unter. Und wenn man dem Spielbericht so Glauben schenken darf, dann war die Hertha von vornherein die spielbestimmendere Mannschaft und hat da sehr viel Druck gemacht und hatte auch entsprechende Torchancen in den ersten 30 Minuten. Und die Eintracht kam dann nicht richtig zum Zug und dann fiel in der 32. Minute tatsächlich fast das Tor, nachdem Preetz fast das Ding irgendwie gemacht hätte. Das hat Helter noch von der Linie gekratzt und in der 37. war es dann tatsächlich so weit und Preetz macht das 1-0. Ja, und wir haben noch ein bisschen Glück gehabt. Es gab dann noch mehr Torchancen von der Hertha und unser Torhüter Türkei und hatte die ein oder andere doch sehr offensichtliche Torchancen noch verhindert, aber am Ende bleibt es bei dem 1-0 für die Hertha und damit natürlich ein herber Rückschlag in dem Plan auf einen Nicht-Abstiegsplatz an dem Tag zu kommen. Diese Hertha und dieser komische Preetz also das Preetz bleibt für mich immer noch jemand, den ich nicht mag tatsächlich, aber die Hertha ja momentan da gerade echt im Aufwind gewesen, mit Spielern wie Darius Wosch, Rehmer hinten, der ja auch mal dann noch später noch für die Frankfurter Eintracht gespielt hat, Gabor Kirai, hat der Gabor Kirai damals schon die Töckigen Hosen angesehen? Ich glaube, es gibt gar nichts anderes. Ich wollte gerade sagen, er hat es uns allen beim Coronavirus vorgemacht, vor dem Coronavirus. So ist es, genau. Er weiß, wie es geht. Krass, ne? Wahnsinn, Paul Dardai war ja auch dabei, noch deshalb, also merkst du einfach nur doch viele Namen, die auch heute wieder bei Berlin sozusagen mal was zu sagen hatten oder auch im Moment was zu sagen haben. Es ist schon interessant, wie sich das doch aus den Strukturen der Mannschaft dann heute noch darstellt. Ich bin auch überrascht, dass im Endeffekt die Hertha natürlich in der Saison, sind sie dann doch wieder auf Rang sechs gestiegen. René, du weißt das glaube ich besser. Rang sechs. Moment, ich war jetzt noch nicht auf der Tabelle, ich war auf der Aufstellung. Die Hertha war am Ende des Spieltags auf Rang sechs, genau, einen Punkt vor 1860 München und einen Punkt hinter Lautern und Bremen. Sieht man halt, wie eng das da oben, da hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, wie eng das da oben sich dann zugetragen hat, außer natürlich die ersten drei, aber da ist natürlich so ein Sieg für die Hertha, war Gold wert für uns natürlich ein herber Rückschlag, aber gut. Schwierig. Andererseits, wie gesagt, es ist ein Tabellen oberer Gegner gewesen, bei dem es natürlich nicht ganz einfach ist. Gerade in Berlin, halbvolle Stadion, gehe ich mal dick davon aus, tatsächlich, dass es nicht hundertprozentig ausverkauft war, vielleicht war ein bisschen mehr los als heutzutage, aber das ist natürlich eine schwierige Kiste, aber die Eintracht sollte sich davon jetzt mal nicht irgendwie frustrieren lassen. Da muss weiter gearbeitet werden, denn noch ist alles möglich. Wie viele Punkte sind es Abstand, glaube ich, aktuell? 4, 3 oder was? Tatsächlich nur einen Punkt. Tatsächlich nur einer. Also wir hatten tatsächlich Glück, Ulm musste an dem Tag ran gegen Bayern München, die Ulm mal eben 4-0 vom Platz gefiedelt haben und damit sind wir mit einem Punkt an Ulm, aber auch mit einem Punkt an Rostock dran, die auf dem 14. Tabellenplatz stehen, die an dem Wochenende 1-0 gegen den HSV verloren haben und somit zwar ein gewisser Dämpfer in diesem Wunsch auf diesen Nicht-Abstiegsplatz zu kommen, aber immer noch in einer gewissen greifbaren Nähe, um da jetzt irgendwie ranzukommen. Und auch mit einem attraktiven Torverhältnis von minus 7 im Vergleich zu den anderen Vereinen, die da unten rumtingeln, also auf jeden Fall nicht die schlechtesten Voraussetzungen. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen und sagen wir mal so, Lautern steht auf Platz 5 und hat auch ein Torverhältnis von minus 7, also da geht noch was, liebe Freunde. Es ist trotzdem eine belastende Situation, wenn du da unten drin stehst, auch für Fans, jetzt geht es langsam ins Eingemachte, 28. Spieltag, es ist das Saisonende nähert sich und jetzt willst du so schnell wie möglich da auch mal ein bisschen wegrücken. Aber ich hoffe, dass der Schleifer Felix Magath sich da noch ein bisschen was einfallen lässt, dass er uns da irgendwie weg von bringt. Ja, das hoffe ich doch auch. Und ja, dann schauen wir mal, was ist. Aber krass, nur mal ganz kurz, aber krass, dass Felix Magath echt Chen Yang spielen lässt. Also bei all den Optionen, die es da immer so verfügbar gibt, ist Chen Yang irgendwie der Spieler, den er eher spielen lässt, bevor er jetzt mal sagt, okay, ich gehe jetzt auf einen Fjörtoft oder so. Andererseits hättest du dann ansonsten nur Reichenberger. Genau, aber Fjörtoft kam ja zum Beispiel in der 46. Minute, also zum Beginn der zweiten Halbzeit rein, dafür wurde Salud dann ausgewechselt, der ja anscheinend, zumindest wenn man hier sich die Benotung anguckt, in dem Spiel nicht wirklich was gerissen hat. Und man ist ja dann auch in der 75. nochmal so ein bisschen all-in gegangen und hat Bindewald aus der Abwehr rausgenommen und dafür Reichenberger, den von dir eben angesprochenen, gebracht und hat da versucht noch irgendwas zu reißen, aber war halt dann auch nicht drin. Wobei es natürlich zumindest in Ordnung ist, das mal zu probieren. Rashi Rosalou bleibt für mich sowieso eine der Enttäuschungen tatsächlich, also das wird sich wahrscheinlich auch noch durchziehen. So ein teurer Spieler gewesen, so viel erhofft und so wenig dann am Ende auch abgeliefert. Nun ja, wir gucken mal. Natürlich auch weiterhin mit Hain im Tor statt Nikolov, das ist ja auch, da hat man ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, ist halt schon und laut, wenn man den Bewertungen glauben kann, mit einer soliden Leistung wieder, also es ist, mal schauen, was sich noch ergibt. Genau, schauen, was sich noch so ergibt. Ergeben wird sich auf jeden Fall ein 29. Spieltag. An diesem Spieltag spielt die Eintracht dann gegen Werder Bremen an einem Mittwoch tatsächlich, englische Woche. Und dann sprechen wir in der nächsten Woche darüber, ob die Eintracht es dann doch irgendwie schafft, aus diesem Tabellenkeller irgendwie rauszukommen und das ist ja dann auch, war der 29. Spieltag nicht tatsächlich auch der Spieltag, an dem es dann tatsächlich diesen Punkteabzug gab? Ich meine, das wäre der gewesen. Müssen wir nochmal nachgucken und nochmal recherchieren. Ich meine, also entweder der 29. oder der 30. war dann der Spieltag, wo es dann diesen Punkteabzug gab, da werden wir dann aber zur gegebenen Zeit dann auch drüber sprechen. Ein Hinweis nochmal an der Stelle, Bremen ist zu dem Zeitpunkt Vierter in der Tabelle, also gerade hinter diesen drei, die schon weg sind vorne, Leverkusen, Bayern und HSV, also ein ganz starker Brocken, mal schauen, wie die Eintracht sich so verkauft. Genau. Und wie wir ja schon in vorherigen Folgen gelernt haben, mögen wir Werder Bremen sehr. So sieht es aus. Genau. Und Dennis, du hast jetzt gleich noch einen Spieler, ne? Ja, bevor Dennis noch einen Spieler hat, noch einen dezenten Hinweis. Es gibt natürlich von Gabor Kiray einen Online-Shop, in dem man für schlappe 25 Euro die Original-Gabor-Kiray-Jogginghose erwerben kann. Also lieber Marvin, wenn du da mal irgendwas brauchst, du musst nur, glaube ich, ungarisch können, weil das Ding gibt es nicht auf Englisch oder irgendwas, sondern ich habe es bislang, doch auf Englisch gibt es das auch. Also es gibt die Seite, glaube ich, auch auf Englisch. Ich verlinke die mal in den Shownotes, wer die Original-Gabor-Kiray-Design-Jogginghose, erwerben möchte käuflich, der kann dahin. Genau, und jetzt der Spieler. Da war ich so abgelenkt von diesem Pfund, dass ich jetzt vergessen habe, hier den Jingle abzuspielen. Ich mache jetzt den Jingle an und dann lässt Dennis uns mal Spieler raten. Oh, gerne. Sehr gut. Du musst erst mal die Zeitleitung einschalten. Was macht eigentlich... Ja, was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Das macht eigentlich... Die Anzeige zeigt dir, wohin du fährst, die Anzeige, wo du bist und die hier, wo du warst. Aha. Was macht eigentlich der? Du weißt schon, wen ich meine. Mir fällt einfach gerade sein Name nicht mehr ein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du anspielern hast. Ich bin ja bei diesem Thema mit den Spielernraten immer fürchterlich schlecht und hoffe da eigentlich immer darauf, dass Marvin oder Basti den erraten. Da Basti nicht da ist, setze ich heute all mein Geld auf Marvin. Super. Jetzt sind die Erwartungen sehr hoch. Das war das Ziel. Okay. Also Leute, machen wir uns erst mal nicht verrückt. Erst mal ein paar Grunddaten zu dem Spieler. Er ist heute 43 Jahre alt. Er ist tatsächlich geboren in Frankfurt am Main. Marvin ist ein Spieler gewesen, der in der Saison 2006, 2007 zu uns wechselte. Okay. Ich sage wahrscheinlich, also sehr viel und dann müsste normalerweise wahrscheinlich auch schon das Klick machen. Er kam aus Mainz. Okay. Michael Turk. Richtig, Marvin. Sehr gut. Okay. Ja, krass. Ja, Michael Turk. Es ist für mich ein Spieler gewesen, der ja auch nur sehr kurz bei uns tätig war. Also wenn man sich das mal so anschaut, da hatten wir auf jeden Fall Spieler mit einer deutlich längeren Vita bei uns. Ich glaube, er ist in der Winterpause 2007, 2008 dann in die zweite Bundesliga gewechselt, wohlgemerkt zu Augsburg. Aber um einfach mal so die ganze Situation nochmal aufzuarbeiten, er hat sich ja nie so wirklich gut verkauft, kam auch in Frankfurt ja nicht gut an, aber das zieht sich so durch seine ganze Vita und dementsprechend habe ich einfach gedacht, das ist ein Spieler, der, entweder wurde er verkannt, denn er hat ja wirklich, er hat ja auch gute Ansätze gezeigt, konnte sich aber dann eigentlich nie bei den Mannschaften durchsetzen. Ein tolles Beispiel war damals, als er von Mainz im Endeffekt, er hat in Mainz gespielt, hat die Mainzer sozusagen zum Aufstieg geschossen und ist dann sozusagen im gleichen Atemzug musste er dann wechseln, weil er einen Vertrag mit Energie Cottbus unterschrieben hatte und ist in die zweite Bundesliga. Cottbus ist zu dem Zeitpunkt dann nicht aufgestiegen, weil Tuag, ich glaube, im letzten Spiel entscheidende Treffer gemacht hat für die Mainzer und dementsprechend Mainz aufgestiegen, Cottbus nicht, also auf jeden Fall eine Katastrophe gewesen, also für einen Turk auf jeden Fall niederschmetternd. Er hat dann die Situation genutzt, hat dann gesagt, in der Winterpause 2-4, 2-5, ich gehe jetzt wieder zurück nach Mainz, wurde da auch mit offenen Armen empfangen, hatte auch damals vorher, ja, ich sage mal, wohl ein bisschen angeeckt an der einen oder anderen Stelle und das hat sich durch die komplette Szenerie, durch die nächsten Jahre gezogen. In dem Saisonwechsel dann 2-6, 2-7 ist er ja dann zur Eintracht gewechselt, war auch ein skurriler Wechsel, weil überhaupt nichts vorher ja groß kommuniziert war, er hat noch die Saisonvorbereitung mitgemacht und auf einmal war es dann so, dass er wohl auch so unangenehm war und da so viele Situationen gelaufen sind, dass die ihn dann tatsächlich freigestellt haben, also freigestellt im Sinne von er darf wechseln und die Eintracht dafür dann auch eine relativ zu den Zeiten für einen Turk, ich glaube, es waren so 1,5 Millionen, eine relativ hohe Ablöse gezahlt haben, weil wir alle wissen, er konnte sich eigentlich in der Bundesliga so nie wirklich durchsetzen, denn wir haben zwar dann das tolle Spiel gehabt, Marvin, du erinnerst dich sicherlich auch noch und René auch, aber Marvin, ich glaube, wir waren sogar zusammen da, genau, Kopenhagen, Bründby ist natürlich dann und auch der Hattrick richtig exakt und hat er aber, konnte nie an diese Leistung mehr anknüpfen, hat er insgesamt, glaube ich, noch insgesamt für die Eintracht waren es dann vier Tore gewesen, die er noch erzielt hat, gerade die Statistik aufgemacht. In 36 Spielen, das ist quasi nichts, genau, dann ist er auch dann, ja, merkst du einfach, nie mehr an die Leistung rangekommen und dann gab es ständig Querelen wieder, dann hieß es, ah, die Fans hätten, auch in späteren Interviews hat er immer wieder gesagt, die Fans hätten ihn niemals angenommen, ein schönes Zitat von ihm, Michael Turk im Kicker damals, ich bin zwar in Frankfurt geboren, aufgewachsen und habe eineinhalb Jahre dort gespielt, aber mein Bezug zu Mainz ist doch größer, es ist nicht nur, das klingt jetzt eigentlich nicht so schlimm, wenn mal bei sich einen weiteren Verlauf von diesem Interview, er wurde angeblich angefeindet durchgehend, die Verantwortlichen hätten ihn nicht gewollt eigentlich, sondern hätten ihm nie eine Chance gegeben auf den Positionen, wo er sich wohlfühlt und so weiter, also immer nur lamentieren, immer nur beleidigt sein und leider hat sich das dann auch so durchgezogen, dass er, ja, muss man sagen, wieder Pech hatte, denn er war dann ja bei Augsburg gewesen und tatsächlich ist Augsburg dann mit ihm in die erste Liga aufgestiegen und nachdem sie aufgestiegen sind, gab es keinen Platz mehr für Turk und das System, angeblich hätte sich, ja, der taktische Systemwechsel hätte sich eingefunden und sozusagen, er wurde dann von Trainings- und Spielbetrieb komplett freigestellt und durfte schon wieder wechseln. Er ist am Ende dann jetzt bei Heidenheim danach gelandet, wo er tatsächlich wieder, und das ist wirklich hier das Verrückte, nachdem er sozusagen mit Heidenheim Meister geworden ist, ist er tatsächlich dann, ja, wieder ausgemustert worden. Also das heißt, eigentlich selbst in der dritten Liga zu den Zeiten, da wurde wieder kein Platz für ihn gefunden, er hat auch Verletzungspech gehabt in der Zeit und so weiter. richtig lese, dann hat er quasi auch zum Ende der Spielzeit hatte er dann auch zusätzlich noch einen Riss im Sündes-Moseband und hat dann auch aufgrund von diesem auslaufenden Vertrag und dieser Verletzung dann auch die Karriere als Profispieler dann beendet. Genau, genau so ist es. Hat dann nochmal eine Karriere, in Anführungszeichen, Jugendtrainer und ich glaube Bezirks-Oberligist ist das gewesen, Stetzling, das ist wohl im Kreis Augsburg da unten, wo er auch wohl wohnt, ja hat im Endeffekt eine A-Trainer-Lizenz wohl gemacht und ist tatsächlich und das, da sieht man mal wie schlecht informiert ich bin, er war Co-Trainer die ganze Zeit jetzt von, also 2019, 2020 von Sandro Schwarz bei Mainz und ist gleichzeitig als er entlassen wurde am 11. November wurde auch gleichzeitig Turk freigestellt. Also auch wieder eine Situation schwierig. Stürmertrainer, Stürmertrainer gewesen. Der Stürmertrainer war er hier in Stetzlingen, weil das habe ich auch gerade eben nachgelesen, dass er ab Februar 2018 auch spielberechtigt für die Landes, für den Landesligisten war und hat dann auch irgendwie dreimal gespielt und ein Tor geschossen, hat dann aber den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern können. Okay. Aber die ganze Karriere ist trotzdem echt interessant, weil wir reden natürlich darüber, ja klar, als er zu Eintracht gekommen hat, nicht viel Glück gehabt und kam auch wirklich nicht an, das stimmt schon, aber warum auch immer, ich meine, es ist auch ehrlich gesagt ein merkwürdiger Move gewesen, weil du warst natürlich extrem erfolgreich, da war extrem erfolgreich, ist in Mainz, wenn du überlegst, seit Beginn seiner Karriere, der hat da echt immer ordentlich geballert, 2009 Tore geschossen, dann 12 Tore, mal 8 Tore und dann aber auch ein Jahr, also bevor er dann nach Cottbus gegangen ist, 13 Tore geschossen, das ist richtig gut und dann in der Saison, nachdem er gewechselt ist, da hat er ja bei Mainz in 32 Spielen 12 Tore gemacht, was richtig ein Knallermove war, wo ich dann schon gedacht habe, geil, den holen wir jetzt, das ist aber schon ein Boss-Move von der Eintracht und dann ist so wenig daraus entstanden und danach hat er ja aber, wie gesagt, er hat ja nochmal getroffen, ist ja ein richtiger Goalgetter gewesen, auch bei Augsburg in seinem Spiel in der zweiten Liga, in der zweiten Liga 2009, 2010, wo es dann auch um Aufstieg ging für Augsburg, hat er 23 Tore geschossen, das ist schon krank. Das ist krass, aber er konnte sich, das merkt man halt, er war halt dann doch anscheinend von der Qualität her für einen Erstligisten, das war anscheinend dann doch ein bisschen zu viel für ihn, also auch so dieses, ist ja natürlich super deprimierend, wenn du dann im Endeffekt deine Mannschaft in die erste Liga führst und dann halt ausgemustert wirst. Das tut, glaube ich, weh und zeigt natürlich auch, ja, es ist einfach schade und das wollte ich eigentlich nur zeigen, die Vita von ihm ist tatsächlich teilweise auch etwas tragisch. Ja, wie gesagt, ist einfach schade gewesen, weil ich glaube auch, dass er gut Potenzial hatte, Marvin, deshalb ist es gut, dass du das nochmal auch angeführt hast mit den verschiedenen, aber mit den verschiedenen Stationen, die er hatte, aber man muss natürlich auch sagen, er scheint auch ein super schwieriger Spieler gewesen zu sein und hat sich da sehr viel selbst verbaut. Glaube ich auch, ja. Und wenn man dann natürlich diese Interviews liest, ist natürlich dann, wer da Interesse hat, also einfach mal Michael Turk, Kicker-Interview, ich glaube auch von 2015 gibt es nochmal eins, also es sind teilweise Aussagen dabei, wo man einfach nur denkt, als Eintracht-Fan auch, was bist du eigentlich für ein Dödel, aber gut, deshalb. Naja, sehr schön, gut. Ja, deshalb, also viel mehr gibt es leider, oder zum Glück zu Michael Turk gar nicht zu sagen, war für mich einfach ein Spieler, der zumindest in der Hinsicht präsent war, Europa mit Bründby einen schönen Head-Trick gemacht hatte und eigentlich dann nie, zumindest zu Eintracht-Zeiten, auch nur ansatzweise an die Leistung wieder anknüpfen konnte. Und wie Marvin schon sagt, am Anfang viel Potenzial mitgebracht hat und leider Gottes dann eher in der Misere gelandet ist am Ende. Aber gut, so ist es halt. So ist es. Vielen Dank für das Raussuchen, lieber Dennis. Gerne, gerne, gerne. Ich verlinke mal den Wikipedia-Eintrag zu Michael Turk. Ich glaube, der gibt so die Karriere am besten wieder. Auf jeden Fall. Dann könnt ihr da nochmal nachlesen, wenn ihr das denn möchtet. Habt ihr denn eine gute Tat der Woche? Ja, wir könnten auf jeden Fall was nennen, ja. Dann hauen wir mal da den Jingle raus. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt verringen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, dann hau aus. Die gute Tat der Woche ganz kurz erklärt und zwar eine gute Tat, finde ich, von den Ultras der Frankfurter Eintracht, die eine Seite ins Leben gerufen haben und zwar hilfe.uf97.de also geht einfach auf uf97.de und da gibt es verschiedene Hilfsmöglichkeiten für Leute, die gerade in der Zeit der Corona-Krise in Schwierigkeiten sind und denen kann man jetzt ein wenig unter die Arme greifen, beispielsweise der Frankfurter Tafel. Es gibt konkrete Spendenmöglichkeiten, da kann man sich informieren, man könnte tatsächlich mit den Street Angels, die ja doch relativ präsent sind im Frankfurter Raum, die haben auch dort ihre IBAN-Nummer angegeben, gleichzeitig kann man sich über die Website informieren, man kann auch anderweitig helfen oder auch Adler in France, da gibt es jetzt glaube ich gerade heute irgendwie eine Aktion, sehe ich gerade, also da können Fanclubs zum Beispiel warme Mahlzeiten übergeben oder auch Schlafsäcke und so weiter und so fort. Es ist eigentlich eine Seite für verschiedene Hilfsgesuche und das finde ich von den Frankfurter Ultras eine coole Sache, deswegen meine gute Tat der Woche, schaut da mal vorbei, vielleicht habt ihr irgendwas Kleines, was ihr irgendwie hingeben könnt, wenn ihr was geben könnt. Liebe Leute, ich weiß, das ist für jeden eine gerade schwierige Zeit, finanziell sowieso, weil viele Leute werden vielleicht in Kurzarbeit gesteckt, verlieren vielleicht ihren Job, dann müsst ihr das auf gar keinen Fall machen, aber wenn irgendwie was möglich ist, dann wäre das eine coole Sache und schaut mal vorbei, weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade ein bisschen wieder was zurückgeben können für die Leute, die jetzt irgendwie vielleicht auch durchs Raster fallen, schadet nicht und da finde ich es cool, dass die Ultras das machen und das wollte ich einfach nur weitergeben. Sehr gut, Marvin, ja. Sehr schön. Ja, finde ich gut. Habe ich verlinkt. Schaut da mal rein und wie ich das richtig verstehe, sind eben da auch immer aktuelle Gesuche drauf, also es lohnt sich wahrscheinlich auch da einfach in regelmäßigen Abständen immer mal drauf zu schauen. Hervorragend. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar Empfehlungen, die wir euch dann vielleicht noch mitgeben wollen in dieser Zeit und dann hauen wir da jetzt erstmal den Jingle raus und dann gucken wir mal, was so auf der Liste steht. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ich liebe diesen Jingle auch. Ja, großartig. Großartig, großartig, großartig. Ich habe zwei Empfehlungen hier schon mal in die Liste eingetragen. Einmal, natürlich, wie sollte es anders da sein, nicht anders da sein, ein Podcast und natürlich auch leider ein Podcast, der sich mit diesem Corona-Thema beschäftigt. Allerdings diesmal mit Mehrblick auf die Wirtschaft. Logbuch Netzpolitik habe ich ja wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal hier erwähnt, zumindest wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und die haben in der vorletzten Folge, meine ich wäre es jetzt mittlerweile gewesen, mal mit einem, was ist der offizielle Titel? Ich glaube Fondsmanager, einer Bank in Frankfurt, Auswahl gibt es da nicht so viele, gesprochen, der mal so ein bisschen die wirtschaftlichen Thematiken auf den Aktienmarkt beleuchtet und was wirklich hinter diesem Hilfspaket von Deutschland steckt, wie er das quasi aus Sicht jemanden bewertet, der tagtäglich nichts anderes macht, als das Geld anderer Leute möglichst gewinnbringend irgendwo anzulegen. Fand ich nochmal einen ganz guten Blick auf die Thematik und wer sich die Seite auch nochmal anhören möchte oder der da einfach sagt, ich würde da gerne mehr drüber wissen, der findet da glaube ich immer so einen ganz guten Einstieg damit. Das ist die eine Empfehlung und die andere Empfehlung, Dennis hatte ja letzte Woche und auch die Woche davor schon mal das Thema Disney Plus in den Raum geworfen. Ich habe jetzt in Disney Plus mal ein bisschen rumgeschaut und bin bei alten Folgen von Darkwing Duck hängen geblieben, was dazu führte, dass mein Sohn jetzt natürlich auch total infiziert ist und das jetzt auch gucken muss. Also wer gerade eben einfach so ein bisschen Ablenkung braucht, wo er mal den Kopf abschalten kann, da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung heraus, Darkwing Duck ist da eine hervorragende Variante. Mega geile Idee. Ja, sehr gut. Darkwing Duck, uh, zwei, eins, Risiko, Risiko. Großartig. Darkwing Duck. Sehr gut, sehr gut. Super. Ja, ich habe noch eine Empfehlung und zwar der gute Ernst Mosch hat Sounds to Move bei Twitter, hat das mir weitergeleitet. Eine coole Idee auf jeden Fall. Ich lese mal vor. Gute, ich hätte wieder eine Empfehlung für den nächsten Eintracht-Podcast, falls ihr mögt. Und zwar, es geht um die Take-Us-Home-Doku bei Amazon Prime. Es ist eine Dokumentation über die Sehnsucht von Leeds United, endlich in die Premier League zurückzukehren. Da wurde die letzte Saison begleitet, das war die erste Saison mit Marco El Locco-Bielsa, er ist ja ein ganz merkwürdiger, eigensinniger Trainer. Also er empfiehlt das. Ich schaue da auf jeden Fall mal rein, ist mir nämlich auch sympathischer als diese hochgejazzten Dokus über diese Millionario-Vereine, Manchester City, bla bla bla. Da ist mir Leeds United, der ehemalige Verein übrigens, auch von Anthony Yeboah, doch wesentlich lieber. Also insofern ein sehr, sehr guter Tipp vom Ernst Mosch. Vielen Dank dafür. Das ist Take-Us-Home-Leeds-United, das ist das, ne? Mhm, genau. Und außerdem gibt's anscheinend die zweite Staffel von Sunderland Till I Die auch noch, die hab ich auch noch nicht gesehen, also da ist doch was dabei. Hervorragend. Ich verlinke das mal und das klingt auf jeden Fall nach etwas, was ich direkt in meine Watchlist packen muss. Also solche Dokus find ich ja immer sehr großartig. Ich bin ja bei Fußballer-Dokus echt so ein bisschen, naja, vorsichtig, aber wenn natürlich, das schreibt ja auch gerade noch, Russell Crowe, die Stimme ist der Erzähler, also dann würde ich sagen, oh cool, cool, vielleicht doch mal vorbei. Sehr großartig. Sehr, sehr großartig. Ja, packe ich direkt in die Liste, dass ihr das auch direkt findet. Hast du noch was, Dennis? Hast du einen Umwelt-Tipp dann? Eine. Einen Umwelt-Tipp, ja. Leider Gottes, durch die ganze Corona-Krise gehen die ganzen Sachen natürlich umweltseitig etwas unter. Ich finde es sehr schade. Nein, tatsächlich ist es eine Empfehlung. Bitte behaltet die Umwelt im Auge und scheißt jetzt sozusagen nicht auf die Umwelt, weil ihr denkt, es ist überhaupt nicht wichtig, sondern irgendwann wird auch die Corona-Krise wieder um sein. Dann fällt uns das vielleicht alles wieder in den Rücken. Was ich aber empfehlen möchte an dieser Stelle ist eigentlich, wenn ihr selbst in der Lage seid und das wird vielleicht nicht auf jeden zutreffen, aber wenn ihr des Nähens oder der Herstellung von solchen, ich nenne es jetzt mal selbstgebauten Mund- und Nasenschützen fähig seid, würde ich euch einfach bitten, sowas herzustellen, vielleicht auch mit einem schönen Muster und das einfach Leuten zu schenken oder zu geben, die das eben selbst nicht können, um denen auch eine Möglichkeit zu geben, gerade in der schwierigen Zeit, ja auch eventuell geboten oder in manche Orts, wie wir ja heute jetzt gelernt haben, sogar Gesetzen oder Richtlinien zu folgen und Mund und Nase zu bedecken. Vielleicht habt ihr Spaß daran, vielleicht könnt ihr das, vielleicht ist kein großer Aufwand für euch, ich kann es nicht, ist wohl auch schwierig mit der Hand, sondern es wäre idealerweise auch so, dass du eine Nähmaschine hast, damit sowas gut funktioniert. Also wie gesagt, wenn ihr da, wenn ihr da fähig seid, wenn ihr Lust habt und euch da nicht überfordert, ist auf jeden Fall was, was jeder gut gebrauchen kann, um einfach auch diese, diesen Wahnsinn, diesen Hype und Run auf diese letzten FFPS 2 oder wie auch immer diese Masken heißen oder 3 zu umgehen, denn Leute, ihr braucht das eigentlich nicht, lasst das bitte den Einrichtungen, die das benötigen, ob es Altersheime, Krankenhäuser oder sonst irgendwas sind, wenn ihr euch mit sowas bedeckt, das ist super, sieht vielleicht noch stylisch aus, keine Ahnung, wer es hinbekommt, aber es wäre schön, wenn im Endeffekt da Leute, die das können, sozusagen ihre Fähigkeiten auch der Allgemeinheit irgendwie zur Verfügung stellen und dann nicht versuchen, da noch ein riesen Geschäft draus zu machen. Kleiner Wunsch, den ich an der Stelle habe, es ist super, wenn die Dinge ein tolles Design haben, aber bitte bei der Stoffauswahl auch gucken, dass ihr einen Stoff habt, den ihr mindestens mit 60 Grad waschen könnt, weil ansonsten atmet ihr die ganze Zeit eure Bakterien da rein und kriegt die nicht wieder da richtig raus. Also 60 Grad müsst ihr mindestens auf das Zeug waschen, damit auch alle Bakterien irgendwie absterben, sonst bringt euch das auch nichts. Und meine Empfehlung ist natürlich, schwarz-weiß-rot zu verwenden für die Eintracht-Farben oder ein schönes Eintracht-Logo mit einzustecken. Wer das kann, wunderbar, bitte schickt uns Bilder, was ihr gemacht habt, vielleicht auch gar nicht mal, dass ihr es irgendwie für jemand anderen macht, sondern für euch, schickt euch mal ein paar Berichte davon, vielleicht habt ihr ja Spaß dran und könnt sowas machen. Geil, geil. Ich suche euch, ich habe das vorhin irgendwo auf Twitter gesehen, warte mal, das war jetzt keine Maske, sondern das war so ein, hier, sag schon, so ein Multifunktionsschal gedöhnt mit Bambi-Logo und da stand drauf, babbel mich nicht voll und wasch deine Hände. Geil. Den fand ich großartig. Ich gucke noch mal, ob ich den Tweet finde, dann schmeiße ich den hier noch mit hinten dran. Den fand ich nämlich sehr, sehr lustig. Super. Ich habe mich jetzt erst mal angemeldet für Disney+. Eben gerade gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Dann wissen wir ja, was Marvin jetzt heute Nacht guckt. Darkwing, Darkwing. Sehr gut. Darkwing, Darkwing. Okay, alles klar, sorry. Das artet schon wieder aus. Ich habe ja schon eine Atemschutzmaske, also insofern, du hast welche Geschenk bekommen, habe ich das richtig gelesen? Genau, ich war jetzt, genau, ich laufe, setze mich jetzt vor die, auf die Couch, vor den Fernseher, gucke Disney+, mit meiner Atemmaske, dann ist alles gut. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die tatsächlich da so richtig sind, aber probier das mal. Ich hoffe, Marvin, du meinst deinen Mund- und Nasenschutz und deine Atemschutzmasken, die du eventuell geschenkt bekommen hast, hast du natürlich entsprechend benötigten Institutionen gespendet. Ach so, ja, nee, 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 es ist selbst gestrickt, alles schön selbst gestrickt. Sehr gut. Alles gut. Sehr schön. Ja, ja, ja. Da sind lustige Muster drauf. Ah, sehr gut. Wer wissen will, wie die aussehen, der findet, glaube ich, bei Marvin auf dem Twitter-Account ein Bild. Oh ja, auf jeden Fall. Hervorragend. Na gut. Ja, dann haben wir diese Kategorie auch durch. Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen für all die Menschen, die uns auch in dieser Zeit weiterhin unterstützen. Wir hatten nochmal nachgeguckt, weil es uns auch interessiert, ob es den einen oder anderen gibt, der in der aktuellen Situation vielleicht auf seinen Dauerauftrag oder so verzichtet. Es sieht aktuell nicht danach aus. Geil. In diesem Teil ist sogar bei Patreon noch zwei, drei Leute hinzugekommen. Das finde ich großartig. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier auch weiterhin unterstützt, weil es ja bei uns auch den einen oder anderen gibt, der, sagen wir mal so, wenn das Ganze so weiterläuft, vielleicht in schwierige Situationen mit Finanzen hinausläuft. Von daher ist das nochmal ein ganz guter Rückhalt, einfach zu wissen, dass hier auch Unterstützer da sind und wir uns da auch gegenseitig so ein bisschen helfen können. Und vielleicht dann auch nochmal den Hinweis, wenn ihr Institutionen in der Gegend habt, das hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon erwähnt, wo ihr Karten habt, irgendwelche Eintrittskarten oder sonstige Dinge, überlegt mal, ob ihr euch das Geld zwingend, wenn die Veranstaltungen ausfallen, erstatten müsst oder ob ihr nicht dann vielleicht auf die 10, 15, 20 Euro verzichten könnt, weil ich glaube, da gibt es einfach aktuell und auch in naher Zukunft ganz viele Institutionen, gerade aus diesem künstlerischen Bereich, für die jeder Euro doppelt so viel wert sein wird in der nächsten Zeit. Also von daher da einfach auch genau drauf achten. Das wäre mir einfach noch ganz wichtig. Sehr gut, ja. Guter Punkt. Prima. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche auch wieder geschafft. Es ist trotz der wenigen Eintracht-Themen eine lange Sendung geworden. Ich glaube, wir konnten eine ganze Menge von Themen heute abarbeiten und mal gucken, was die nächsten Wochen noch so bringen. Wir versuchen auf jeden Fall so regelmäßig, wie es irgendwie geht, Sendungen zu machen. Die Kollegen von 390 machen das ja auch und ich glaube, ihr macht mit Fußball 2000 auch weiterhin jeden Montag da eure Folge. Da sind ja jetzt auch ein paar ganz lustige Folgen mit der Dream Elf und der Not-So-Dream-Elf. Oh, die Not-So-Dream-Elf. Entstanden. Die ist mir sehr leicht gefallen tatsächlich. Bis auf die Torhüter-Position, ne? Ja, aber ansonsten, also bei den Abwehrspielern da sind mir auch ähnliche Namen eingefallen, die ich da glaube ich genannt habe. Stichwort Gordon Schindenfeld. Also wer da nochmal reingucken will, vielleicht dann nochmal, nachdem ihr die Folge hier zu Ende gehört habt, auf jeden Fall mal bei den Kollegen von Fußball 2000 vorbeischauen und bei 390 lasst ein paar Grüße in den Kommentaren da und ansonsten melden wir uns hoffentlich in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao. Hey, 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 hey Hey, hey, hey Outro